Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich darf ich Sie begrüßen zu unserer zweiten Vorlesung im Wintersemester zu dem Thema Heilungsgeschichten in der Bibel. Sie haben von der letzten einführenden Vorlesung noch in Erinnerung, dass Jesus im Neuen Testament bezeichnet wird als der Heiland, als derjenige, der Kranke im Vertrauen auf Gott zur Gesundheit zurückbegleiten kann. Wie er das tut, ist oft verbunden worden mit magischen Erwartungen, mit Wunderzeichen, die in die Natur eingreifen und alles in gewissem Sinne auf den richtigen Weg zwingen. So aber ist es nicht. Was wir wirklich erleben, ist die Veränderung einer Sichtweise. Jesus ist der Heiland, indem er mit einem anderen Wort aus der Frömmigkeitstradition als der Erlöser gilt. Und er löse uns von dem Übel, das ist, worum wir beten, in jedem Vaterunser. Und was Jesus getan hat, ist, dass er uns Gott als seine väterliche oder mütterliche, jedenfalls liebevolle Macht im Hintergrund unserer Existenz zurückbringen wollte. Das tatsächlich ist unsere Befreiung, die Änderung in allem. Und was wir in den Heilungsgeschichten, vor allem im Neuen Testament, über die Art, Jesu zu denken, zu wirken, zu reden, lernen können, ist diese Sichtveränderung. Jesus betrachtet die menschliche Wirklichkeit aus der Perspektive derer, die am meisten Hilfe benötigen. Das ist eine fundamentale, absolute, revolutionäre Änderung von allem, was wir gewohnt sind zu tun. Wir sitzen nicht auf dem Kutschbock als die Herrschaften, die auf ihre Untertanen herunterschauen oder über sie hinwegfahren. Wir sehen aus der Perspektive der Bedürftigen, was sie benötigen und versuchen, darauf zu antworten, mit unserer ganzen Existenz. Diese Fähigkeit haben wir Menschen auch und sie ist tief verankert, nur wir nutzen sie sehr wenig, wir überlagern sie mit Selbstdurchsetzungsansprüchen, Machtansprüchen, Geldgehe, politischen Maßnahmen, der Stärke, der Demonstration, der Abschreckung, dem ganzen Wust des Irrsinns, den wir für normal erklärt haben in der menschlichen Geschichte. Aber dann mitunter, jetzt im Spätherbst, treffen sie Menschen, die anders handeln. Mitunter sind es Frauen. Sie treffen auf der Straße ein Eichhörnchen, das krank ist. Es kann sich kaum bewegen. Also nehmen sie es mit nach Hause, bringen es zum Tierarzt und möchten, dass es lebt. Ein kleines, hilfsbedürftiges Tier. Oder einen streuenden Hund, eine Katze, die man ausgesetzt hat. So etwas ist eine Mütterlichkeit, die sich sogar über die menschlichen Grenzen hinaus bewegt. Und alles umfasst, was fühlbar ist und fühlen kann. Eine Universalität der Liebe. Aus der Perspektive derer, die gerade Hilfe nötig haben in ihrem Leid. Diese Änderung ist die ganze Botschaft Jesu. Und dafür in Anspruch nimmt er eine Überzeugung, die uns bei der Lektüre der Zeitung oder beim Hören der Nachrichten leider Gottes nur sehr selten kommen kann. Es wäre möglich, dieser Welt zu begegnen mit eben dieser alles ändernden Perspektive. Was brauchen die Menschen wirklich? Würden wir uns so fragen, hätten wir eine andere Umgangsform miteinander, eine andere Regierungsform, ändert sich die Welt, würde sie erlöst vom Bösen, käme das Reich Gottes. Alles, was Jesus verkörpert, liegt in diesem Sichtwechsel. Und dafür stehen Geschichten, die wir die Heilungsgeschichten im Neuen Testament nennen. Vielleicht nehmen wir zur Erläuterung noch hinzu, was Sie in früheren Vorlesungen bereits gehört haben. Die Worte der Bergpredigt. In den sogenannten Seligpreisungen, die in der katholischen Kirche am 1. November am Tag von aller Heiligen pflichtgemäß verlesen werden, heißt es, nicht selig sind, ich übersetze lieber mit richtig leben, die Menschen, die ihre Armut und Armseligkeit kennen und anerkennen. Die werden sich augenblicks wie Verwandte vorkommen bei Menschen, die gleichermaßen in ihrer Armut nicht anders wissen, als um Hilfe zu suchen und zu betteln. Richtig leben die Menschen, die noch weinen können, schreibt Lukas, die Tauern, dann sagt Matthäus. Menschen, die Mitleid haben, können nicht wirklich Böses tun. Menschen, die mitfühlend sind, die Empathie haben, sind augenblicklich verbunden mit dem Leid anderer Menschen. Und die leben richtig, meint Jesus. Und in unseren heutigen Tagen fast provokativ. Richtig leben die Menschen, die auf Gewalt verzichten. Nur denen kann das Land, das Gott verheißen hat, gehören. Und weiter noch, richtig leben die Menschen, die fähig sind, Frieden zu bringen und zu vermitteln. Das sind die wahren Kinder Gottes. Dies im Ohr hören wir jetzt eine Geschichte aus dem Markus-Evangelium im Kapitel 2, damit Sie es aufschlagen können, wenn Sie zu Hause unsere Sendung verfolgen. Ein wenig muss ich noch dazu sagen, dass Markus historisch der früheste Evangelist ist. Matthäus und Lukas haben ihn selber, das Markus-Evangelium, als schriftliche Quelle vorliegen, bearbeiten es jeweils unterschiedlich mit verschiedenen Akzentsitzungen, fügen andere Traditionsquellen, die ihn gemeinsam sind, aus mündlicher Überlieferung hinzu und verwenden noch Sondergut. Markus ist die Grundlage für die Evangelien. Vom Johannes-Evangelium müssen wir jetzt nicht reden. Das ist etwas Gesondertes in einer eigenen Interpretation der Botschaft Jesu. Markus aber ist es, der als Grundlage zur Bildung unserer Hoffnung verbunden mit dem Mann aus Nazareth Wundererzählung an Wundererzählung reiht. Und er möchte uns davon überzeugen, dass die Person des Mannes aus Nazareth diejenige ist, zu der wir kommen dürfen. Wie jetzt im Späterabst, im Winter, Vögel auf der Suche nach Futter zu der kleinen Stellage kommen, die unser Futterhäuschen im Garten darstellt. Wie von alleine, in ihrer Bedürftigkeit, werden sie sich dahin wenden. Und sie hoffen und erwarten, dass auch in diesem Winter wieder eine milde Hand sich ausgestreckt hat, für Futter zu sorgen. Davon hängt das Leben ab. Und es spricht sich um, dass eine Vöglein zwitschert so, dass es die anderen mit anlockt. Das ist nicht nur die reine Freude, es ist auch eine Verbundenheit der Tiere untereinander. Selbst die Konkurrenz, die dann entsteht, nehmen sie in Kauf. Im Ganzen überleben mehr Vögel, wenn sie aufeinander Hinweise geben, dass man hier eine Chance hat, zu überleben. So ähnlich, schreibt Markus, ist die Person Jesu in einer Welt, die er für im Ganzen Erlösungsgrund bedürftig erklärt. Sie wird beherrscht von der Gegenmacht des Göttlichen. Sagen wir säkular gesprochen, vom Glauben an Gewalt. Dass Güte sich nicht lohnt, dass man Schwäche zeigt, wenn man gütig ist und Frieden will, dass man zuschlagen muss. Das ist, woran wir glauben und was uns beigebracht wird. Unter Ausschluss aller abweichenden Meinungen. Markus hat das vor sich. Er lebt im römischen Imperium. Er weiß, wovon er spricht. Sein Evangelium soll sogar gerichtet worden sein. Vielleicht an die Gemeinde zu Rom. Und dass Jesus diese Machttrieb der Menschen in Gestalt des augustäischen Imperium, des Cäsarenreichs, nicht feindlich, aber abweichend und abweisend gegenüberstand. Dass er niemals glaubte, dass dadurch Frieden und Menschlichkeit entstehen könnte. Das hat ihn selber in den Tod getrieben. Gott bringen heißt, die Macht der Mächtigen von Grund auf in ihrer Fundamentierung mit Angst und Gewalt infrage zu stellen. Eine Geschichte nach der anderen erzählt uns Markus, wie die Einstellung der Sichtveränderung Jesu heilend wirken kann. Und eine solche Geschichte zur Einleitung am Anfang hören wir heute aus dem zweiten Kapitel bei Markus. Eines muss ich noch dabei sagen. Es gibt zwei Arten, in denen Wundergeschichten erzählt werden. Ein Strang, den wir natürlich miterleben werden, schildert armdetail die Leidenssymptomatik. Er fordert uns auf, uns konkret vorzustellen, was da alles geschehen sein mag, wie Menschen fühlen, die so sind. Solche Geschichten hat man in der alten Formgeschichte als Novellen bezeichnet. Eine breite Vorgeschichte, die auf den Höhepunkt die Wunderheilung selber hinführt. Die Erzählung, die wir heute hören, ist viel knapper. Sie führt auch auf einen Mittelpunkt hin, aber man spricht jetzt von einem Paradigma, einer Beispielserzählung. So handelt Jesus und zeigt sein Wesen damit in der Art, wie er Menschen begegnet. Und entsprechend sollten wir jetzt dem Glauben an Jesus auch handeln. Er ist uns ein Beispiel, in dem er ein Beispiel gegeben hat. Ein Paradigma. Die Aufforderung besteht jetzt, dass wir uns in das Nichtgesagte mit hineinhören. Keine andere Aufgabe, als wenn Sie Ihrer Freundin, Ihrem Freund, einem Menschen, der Ihnen nahe steht, zuhören. Er kann vieles gar nicht sagen. Will manches gar nicht sagen. Manches weiß er wirklich nicht. Anderes ist ihm peinlich. Bei manchen fürchtet er, sich zu beschämen. Sie hören in der Art, wie er spricht, in den Zwischentönen, in dem Ungesagten, unter Umständen, das wirklich wichtig heraus, stellen es sich vor. Und je mehr Sie das tun, werden Sie mit Ihrem Gegenüber identisch. Sie formen das, was er sagt, zu einer Mitteilung, die auf Sie wirkt, wie ein Gedicht, wie ein Gemälde, in das Sie hineinwandern durch Ihr eigenes Verstehen. Sie verschmelzen mit dem Anderen. Sie berühren sein Herz und lassen sich berühren. Diese Begegnung ist die Aufforderung, die Geschichte, die wir jetzt hören, zu verstehen, in uns aufzunehmen, indem wir an die Stelle des Anderen uns begeben. Das deutsche Wort verstehen, habe ich oft genug gerühmt. Sie wissen, das ist nicht übersetzbar. Comprendre im Französischen ist etwas völlig anderes. Das ist begreifen auf Deutsch übersetzt, vom Lateinischen. Verstehen bedeutet Standpunkt Änderung zugunsten des Menschen, den wir verstehen möchten. Und es ist etwas anderes als erklären. Von außen nach Kausalzusammenmengen suchen, die uns begreifbar machen. Comprendre ermöglichen. Um von außen her den Prozess nachzuvollziehen, wie wir heute sagen, der den Anderen krank gemacht hat. Auf die Weise können wir gute Ärzte werden. Hier aber ist die Sichtweise des Ärztlichen das Entscheidende. Ärzte werden niemals einem Patienten Vorwürfe machen. Sie begreifen die kausalen Zusammenhänge. Er hat jetzt Leberschäden, weil er zu viel trinkt. Er hat Lungenprobleme, weil er zu viel raubt. Er hat Adipositas und entsprechende Probleme, weil er zu viel isst. Er hat Rückenschmerzen, weil er sich zu wenig bewegt. Das alles wissen wir. Kein Arzt der Welt wird daraus Vorwürfe machen. Ja, wenn Sie falsch leben, kann ich Ihnen auch nicht helfen. Jetzt strengen Sie sich mal an. Ein Arzt, der so redet, weiß, dass er damit keinen Erfolg haben kann. Er müsste den Anderen, dem er helfen möchte, innerlich aufbauen. Er müsste das Leben, das natürlich symptomträchtig ist, das an der Wahrheit eines gesunden Daseins vorbeiführt, aufhelfen, um zu sich selber hinzufinden. Und das ist, was Sie jetzt hören werden. Die Einleitung war lang genug. Sie wissen, worauf es hinaus will. Ich trage Ihnen, die Erzählung bei Markus, zweites Kapitel, die Heilung des Gelähmten einmal vor. Und ich übersetze den griechischen Text, so gut ich kann, möglichst wörtlich. Noch dabei in Ihren Übersetzungen geht man frei um. Man übersetzt, wie wir im Deutschen reden würden. Ich gebe mir die Erlaubnis nicht. Auch auf Griechisch erzählt man nicht einfach, wie man will. Was Sie bemerken können, ist ein ständiger Tempuswechsel. Mal in der Vergangenheit, plötzlich in der Gegenwart. So erzählt man auch auf Griechisch nicht. Man springt nicht dauernd in den Tempor. Markus tut das aber. Es hat zum Teil einen semitrisch-hebräischen Hintergrund. Da sind die Zeitformen oft verschoben. Aber wenn Markus Griechisch schreibt, und das tut er, kann er nicht auf semitisch reden, ohne dass er damit eine Aussageabsicht verbindet. Mal ist etwas, das sich begibt, als gerade schon geschehen, und dann ist eine Reaktion, und die ist jetzt in der Gegenwart. Und wir werden ihr nur zeitgleich zu Zeugen am Tatort, wenn wir die Gegenwart nun bitte schön als Gegenwart auch stehen lassen und entsprechend übersetzen. Sonderbar genug bleibt die Erzählung. Ich versuche sie Ihnen zu vermitteln, aber ich trage sie erst einmal so vor, wie ich sie griechisch vorfinde. Und als er wiederum hinein ging nach Kafanaum, im Umlauf der Tage, hörte man, dass er im Hause sei, und es versammelten sich viele, sodass kein Platz mehr war, nicht einmal zu Türe hin. Und er sprach ihnen das Wort. Da kommen sie und bringen zu ihm einen Gelähmten, getragen von vier Leuten. Doch sie waren außerstande, ihn zu ihm zu tragen, wegen der Menge. Da deckten sie das Dach ab, wo er war, und gruben es auf, und ließen erab die Pritsche, worauf der Gelähmte gelegt war. Als Jesus ihr Vertrauen sah, spricht er zu dem Gelähmten. Kind, vergeben sind deine Sünden. An der Stelle machen wir geistig eine große Pause, denn jetzt schwenkt die Szene. Alles, was wir heute Morgen verstehen müssten, geht bis dahin. Das ist der ganze Jesus. Und nun kommt, was wir auch erleben werden. Sobald wir beginnen, Jesus zu verstehen, was wird die Folge sein? Widerspruch, Infragestellung, Neid, Aggression, Unsicherheit, Verklammerung an das Wort Gottes, das wir anders haben und kennen. Denn man kann nicht von Gott sein. Ja, warum nicht? Müssen wir hören. Es waren da aber einige von den Schriftgelehrten, die da saßen und dachten in ihrem Herzen, was dieser, dieses sagt der, er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben, wenn nicht ein einziger? Gott. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geiste, dass sie so dachten bei sich selber und sagt ihnen, warum denkt ihr dieses in euren Herzen? Was ist denn leichter? Dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Oder zu sagen, steh auf, nimm deine Pritsche, geh nach Hause. damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Macht hat, Sünden zu vergeben auf der Erde. Sagt er dem Gelähmten, dir sage ich, steh auf, nimm deine Pritsche und geh zurück in dein Haus. Da erhob sich sofort der Gelähmte, nahm seine Pritsche und ging fort vor allem, so dass alle außer sich gerieten und priesen Gott und sagten, so etwas, niemals haben wir es gesehen. dieses unerhört Neue, das da einbricht und alle außer sich im Preisen von Gott gegen den Einspruch der Schriftgelehrten auffordert, als Zeugen einer solchen wunderbaren Heilung müssen wir uns selber im eigenen Leben vorstellen, als etwas, das nicht vor 2000 Jahren sonderbarerweise mal passiert ist, sondern uns als Beispiel gebende Handlung fast pflichtgemäß in Auftrag gegeben wird. Eine Schwierigkeit, sagte ich, liegt da drin, dass wir das nicht Gesagte uns selber sagen und nacherzeilen. Was ist es mit der Gelähmtheit? Wir setzen uns mal an die Stelle eines Menschen, der sich nicht mehr bewegen kann, der nur noch ein Objekt ist, transportiert zu werden. Vier Männer sind nötig, ihn heranzuschaffen, übers Dach herabzulassen, eine ganze merkwürdige Annäherungsform. Die Menge stört beinahe, sie ist zwar als Zeugen Bereitschaft zur Verfügung, aber nicht hilfreich. Wie stellen wir uns eine solche hilflose Lähmung vor? Nur zur Einfühlung müssten wir das probieren. Nochmal, wie wenn sie ihrer Freundin ihrem Freund zuhören. Sie versuchen, das Leid, das er schildert, als ihr eigenes, in Identifikation sich begreifbar zu machen, vorstellbar zu machen, einfühlbar zu machen. Wie erinnern sie sich, wenn sie nicht weiter wussten? Wenn sie sich wie gelähmt vorkamen, das mag zwei Richtungen haben, eine in die Zukunft, eine in die Vergangenheit. Denken wir uns Lähmung als einen Zustand, den wir psychologisch beschreiben können? Wir sprechen zum Beispiel von Burnout und meinen damit, dass Menschen durch Überarbeitung, durch Überbelastung bis in eine Depression hineingerutscht sind, durch ständige Überreizung, durch ständige Überbelastung, durch ewigen Stress. Und sie halten es nicht mehr aus, sie können einfach nicht mehr, sie sind leer, ausgebrannt, ganz wörtlich, burnout. Das ist ein psychologisch definierbarer Zustand, sollte jetzt medizinisch behandelt werden, aber wie? Wir können tatsächlich im Sinne der Geschichte nicht einfach sagen, jetzt nimm die tritsche und verschwinde. Es gibt manche Bibelausleger, die so reden. Ich habe mal einen Kugelschreiber geschenkt bekommen, der da auch stand. Hint dann hoch und hau ab. Darauf bezog man sich auf ein Kapitel im 5. Evangelium des Johannes. Da steht das wirklich so. Über 40 Jahre liegt ein Mann am Teich von Bethesda und bittet, dass ein Engel käme und das Wasser, wenn es auffällt, ihn berühren würde, um ihn zu heilen. Und da sagt Jesus wirklich, steh auf und nimm dein Lager und geh nach Hause. Aber das ist ein anderes. Hier merken wir, dass es völlig falsch wäre, so mit Menschen zu reden. Es kann manchmal richtig sein, Leute darauf hinzuweisen, dass sie selber Verantwortung haben, dass sie nicht dauernd in Klagetom Verbindungen suchen, dass sie Eigenverantwortung tragen, im eigenen Dasein und die Opferhaltung alle kommen mir zuvor, alle drängen mich weg, mal drangeben könnten, indem sie jemandem begegnen, der ihnen zumutet, selber zu sein. Kann richtig sein, aber es lässt sich nicht befehlen, es lässt sich nicht mit dem Kugelschreiber verordnen, jetzt Hintern hoch, das ist nicht die Art, wie Jesus heilt. An dieser Stelle sagt er sogar, was wäre eine grob pfahle Vereinfachung, die ganze Schwierigkeit ist, den Hintergrund der Lähmung zu begreifen. Den nachzuarbeiten ist die wirkliche Aufgabe. Wir können von Psychosomatik, von Psychologie reden, aber wir stehen zutiefst für eine Therapie der Seele. Sie mögen auch noch fragen, wie komme ich denn dahin, sowas verstehen zu wollen, was gehen mich die Leute an, die dauernd Klage führen und leiden, ich mag der Kuckuck rufen, aber das sagt er uns nicht. Eines stimmt, die Griechen wussten das, um ein Arzt zu werden, in innerer Berufung, muss in ihrem eigenen Leben etwas passiert sein, das sie zum Leidenden gemacht hatten, um Mitleid fähig zu werden. Die Griechen konnten erzählen von ihrem Heilgott Asklepios, ein Kind, das geboren war von Licht und Dunkelheit, von Apoll und Aile Koronis und bei dessen Geburt eine Himmelstimme verkündete, er wird die Kranken heilen und die Toten auferstehen lassen. Ich erwähne jetzt die Mythe nicht mehr länger und erzähle nur, dass Asklepios aufgezogen wurde über einem Zwitterwesen zwischen Mensch und Tier, einem Zentauren, Chiron, und auf den hatte Herakles ein Pfeil gesendet, der ihn schwer verletzt hatte. Ein Interpret der griechischen Mythen, Karl Kereni, sieht darin so etwas wie ein griechisches Lamm Gottes, ein Verletzten, der fähig ist zu heilen, weil er weiß, was Leid bedeutet und ihm deshalb Mitleid ermöglicht. Sollten wir denken, auch das wäre bei Jesus der Fall gewesen, dann müssten wir nachher noch überlegen, warum seine Form zu heilen, Freispruch von Sünden ist, ein Gedanke, den wir als Christen erzogen von der Kirche eigentlich gar nicht für möglich halten, sollten Jesus' Sünden vergeben werden, sein, er ist doch der Sündenlose, der für uns stellvertretend Geopferte. Lassen wir diese Querüberlegung einmal noch beiseite, wir werden dahin kommen. Wir sehen nur, dass die Perspektiven Veränderung aus der Sicht der Leidenden auf einer Identifikation basiert, auf der Erfahrung nämlich, ich selber weiß und jetzt nicht nur momentan, weil ich jetzt am Boden liege, sondern generell grundsätzlich fundamental, dass alle Menschen nicht leben aus ihrer eigenen Leistung, aus ihrem eigenen Können, weil sie so tüchtig sind, sondern sie alle sind hilfsbedürftig. Dann haben wir die erste sogenannte Seligpreisung. Richtig leben die Menschen, die ihre Armut und Armseligkeit kennen und anerkennen. Das ist die ganze Gedankenführung Jesu. Die Äußerung seines inneren Erlebens, so sind wir alle und wir belügen uns selber, wir leben verkehrt. Wenn wir sagen, nein, das haben wir nicht nötig, Männer zumal brauchen keine Hilfe, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott, preußische Grundlage, stramm stehen, tapfer sein, durchhalten, nie aufgeben, dann sind wir grausam, selbst wenn wir es nicht wollen, dann missverstehen wir uns selber und eigentlich keinen Menschen an unserer Seite, dann müssen wir durchhalten, dann müssen die Ellenbogen spitz werden, dann müssen die Hände sich ballen zur Faust notfalls, dann müssen unsere Füße trittbereit werden für denjenigen, der schon am Boden liegt, und wir müssen darüber hinweg gehen, mit Panzerketten über Tote fahren können, nur dann sind wir tüchtige Soldaten, dazu muss man uns erziehen, tja, das ist dann die Welt, die wir haben, und scheinbar haben, wollen, denn wir akzeptieren, dass uns das beigebracht wird, oder wir folgen dem Mann aus Nazareth, der sagt, so dürfen wir nicht sein, sind wir nicht die Menschen, die Gott erschaffen wollte, als er aus dem Staub der Erde uns geformt hat, in einer Hilflosigkeit und Ausgesetztheit und uns sein, Odem einhauchte, damit wir lebendig würden, liebesfähig würden, zueinander fänden, uns bei der Hand nehmen und in die Arme schließen. Ein anderes Leben, das geht von Jesus aus, das geht mit ihm mit, und so offensichtlich zieht er ein in Kafarnaum. Man darf glauben, dass Jesus eine ganze Weile dort auch gewohnt hat. Matthäus stellt das sogar dar, wie wenn er da eine feste Behausung gehabt hätte, wissen wir nicht. Jedenfalls Kafarnaum ist für die Archäologen ein fester Standpunkt, kann man finden, Baureste noch aus dem dritten, vierten Jahrhundert besichtigen. Alles das hat einen historischen Hintergrund. Wie weit es historisch ist als Darstellung des Lebens Jesu steht dahin. Eines bleibt, egal wo Jesus ist, ob in Kafarnaum oder nicht in Kafarnaum. Seine Aufgabe ist es, von Gott so zu sprechen, dass es Menschen berührt, dass es Menschen innerlich verändert, dass es heilend für sie wirkt. Und das nun ist tatsächlich der Kern, von dem wir heute sprechen werden und im ganzen Verlauf des Wintersemesters sprechen müssen. der Gott, den Jesus uns bringt, ist ein liebevoller Gott. Einer, der es gut mit uns meint. Und verschwinden muss das Bild des Rache-Gottes, des gestreng strafen richtenden Gottes. Ich sage das so scharf, weil ich immer, wenn Menschen begegne, die lebenlang gelitten haben und noch leiden unter diesem Bild, dass man in Widerspruch zur wahren Botschaft Jesu auch in den Kirchen, den Menschen schon als Kinder in die Seele gedrückt hat. Ein gestreng strafender Gott. Ein Auge ist, das alles sieht, auch was in dunkler Nacht geschieht. Das hat man Kindern beigebracht. Sie können in die Hölle kommen. Sechs Jährige. Hast du gesündigt den Gedanken, Worten und Wirken? Ein strenger Richter ist Gott. Und die Angst vor dem Tod. Wie der Baum fällt, so liegt er, es ist nicht mehr veränderbar. Die ganze Ewigkeit hängt davon ab, wie du stirbst, in dem Moment verewigt und verunendlicht sich alles. Und das die Lehre der Kirche ist, dass sie total verkehrt, denn sie richtet sich gegen den Inhalt der ganzen Botschaft Jesu. Er wollte denen nahe sein, die verbittert sind, verzweifelt sind, mutlos sind, erschöpft sind, die man von innen her aufrichten müsste und ihnen Mut machen könnte, damit sie ihr Leben nach Hause zurückzugehen vermögen. Und das soll geschehen nicht im Weiterreden von dem, was Menschen in ihrer Vorstellung von Gerechtigkeit einander zumuten und antun, sondern mit einem gründlich alles verändernden Hintergrund, den er als gütig durch seine eigene Person glaubhaft vermitteln mochte. Und wie das geschehen kann, erzählt gerade diese Erzählung. Eines sagte ich, wir können erschöpft am Boden liegen mit dem Blick auf die Zukunft. Befürchten sie. Alles, was der vorstellbar ist, überfordert uns. Das ist die Meinung. Wir haben nicht die Kraft, noch einen Tag so auszuhalten und den kommenden 24 Stunden Rhythmus zu bestehen. Chronisch Depressive können so ihr Leben. Sie liegen im Bett, die Sonne geht auf, sie wirkt einen langen Schatten durch das Fenster und man will sie, kann sie nicht sehen. Man zieht die Vorhänge zu, dann müsste man aber aufstehen, vielleicht tut man das nicht, man wendet sich einfach ab und schließt die Augen. Man hat nicht mehr die Energie und einen Plan zu fassen. Man hat auch kein Motiv mehr und das wiederum kann viele Gründe haben. Man hat so vieles versucht, aber alles war erfolglos. Es ist schief gegangen. Es hat zu Widerständen und Widersprüchen geführt, die sich gar nicht aufheben ließen. Man hat keine Hoffnung mehr. Das ist eine Verbitterung, die entstehen kann aus Enttäuschung. Man hat so vieles richtige probieren wollen, aber man wurde dafür abgestraft, wie in diesem Beispiel Jesus selber. Augenblicklich fallen ihm die Richtigen, die Schriftkundigen, die Gottesgelehrten, die Theologen dazwischen und erklären, dass er ein Verbrecher ist. Er ist dabei, einen Menschen heilen zu wollen. Das ist diese Gotteslästerung. Darauf steht die Todesstrafe. So was darf man nicht dulden. Da hilft jemand einem anderen zum Leben, der nicht leben kann Todesstrafe. Sie hören das Markus Evangelium ganze vier Verse lang im zweiten Kapitel und haben die ganze Auseinandersetzung des Lebens Jesu konzensiert in diesem einen Punkt bereits. So sehr steht es gegeneinander. Was bedeutet uns Gott? Der Kirchenglaube, den viele beigebracht haben, in Ängstigung ihrer ganzen Kindheit, in Neurotisierung womöglich ihres ganzen Lebens kirchlicher seits, ist genau der jenige, der Schriftgelehrten, die hier zitiert werden. 2000 Jahre gehen hin und es scheint sich nichts geändert zu haben. Darf man so gütig sein, Menschen verstehen zu wollen, in allem, was sie verkehrt gemacht haben, was wir Sünde nennen, Abweichung nennen, Gesetzesbruch nennen, Verbrechen nennen, bestrafen müssen scheinbar. Wie begegnen wir Menschen, die wir zu verstehen anfangen, mit einer Güte, die dahin führt, dass sie sich selber verstehen, dass sie langsam mit sich identisch werden. Bleiben wir noch aus den vertanen Chancen und Anstrengungen, die erfolglos geblieben sind und in ihrer Enttäuschung nur depressiv machen können. Das ist in der Gegenwart politisch ein ganz breites Thema. Leute plädieren für den Frieden, aber dann sind sie Verbrecher. Sie möchten Frieden in der Ukraine, in Israel, im Gazastreifen, mit dem Iran, mit China. Das sind Phantasten. Das sind im schlimmsten Falle Gottes Leuchner, Gottes Schänder. Sie gebrauchen Gott in einer Art, die die Kirche nie akzeptiert hat. Da weiß man, man hat ein Recht auf Verteidigung. Man muss kämpfen, im Namen Gottes das Recht zur Macht bringen. Und das geht dann eben nur, wenn man Menschen tötet. Das ist der Nebeneffekt. Das müssen wir, wollen wir nicht, aber müssen wir tun. Und wir tun so effizient, dass wir inzwischen Atombomben haben, präzise, im Abstand von 30 Meter genau, punktgenau, sie werden nicht mehr abgeworfen, wir werden gelenkt. Die neue Generation von Atomwaffen, die ist dagegen, aber sie wird erleben, dass sie dagegen gar nichts tun kann. Irgendwann sagt man sich, hat das noch irgendeinen Zweck, lass es doch laufen. Ich will davon gar nichts mehr hören, ich schalte es ab, ich bin weg. Ich mache gar nichts mehr, kann gar nichts mehr, weiß doch, dass alles umsonst ist. Das ist eine der Formen, wo man mutlos wird, die Zukunft nicht mehr erleben möchte, sondern am liebsten vermieden hätte, durch nicht mehr erleben müssen. Solche Depressionen sind fast von letalen Grundzügen. Man hat keine Zukunft mehr. Man will auch keine Zukunft mehr erleben. Man wird beinahe zornig, wenn man hört, es wird doch alles besser und wir schaffen es doch, wir haben bis zum Jahr 2050 das Klima im Griff. Wir lösen alle Probleme, den Hummer in der Welt natürlich zufrieden kommen wir jetzt noch nicht. Jetzt führen wir so Krieg, dass auch die Umwelt wieder neu gefährdet wird. Aber wir schaffen es. Man will die Lügerei nicht mehr werden. Man hat die Nase voll, die Ohren voll, das Herz voll. Dann denken manche apokalyptisch, besser wäre der Weltuntergang als noch ein weiter So. Man wird zornig am Ende. und und dann ist Depression, Burnout, Bettlägerigkeit, Gelähmtheit eine Umwendung. Die Welt, die man eigentlich nicht mehr verträgt, erzeugt einen solchen Widerspruch und Widerstand, dass sich der Ärger auf einen selber richtet. Man kommt sich immer kleiner vor, die Probleme immer größer, man ist eh nicht gewachsen. Man lebt wie ein Zwerglein unter den Fußtritten von Riesen, die die Welt bei jedem Auftreten ihrer Füße erschüttern wie ein Erdbeben. Man kommt dagegen nicht mehr an. Es hilft auch nicht, die Geschichte von David und Uli zu erzählen. Man hat gar kein Glauben mehr, kein Vertrauen mehr, nicht in sich selber, nicht in Gott, in den Weltenverlauf, nicht in dem, was uns versprochen und verschrieben wird. Wenn das der Zustand eine Ausrichtung in eine Zukunft, die es nicht gibt, die man nicht mehr sieht, nur noch als Dunkelheit, das ist die eine Richtung. Wenn Menschen so sind und so fühlen, kann man natürlich darüber nachdenken, warum es gerade sie sind, die so fühlen und denken, Gott sei Dank möchte man meinen, sind es ja nicht alle Menschen, es gibt auch andere, die gehen damit anders um. Die Art, die Zukunft zu sehen, können wir uns vorstellen, richtet sich nach dem, was wir schon erfahren haben, gründet in bestimmten Zumutungen in der Vergangenheit. Was ist passiert, dass Menschen in der Gegenwart mit der Verfinsterung von allem, was kommen könnte, in der Zeit so antworten, dass sie im Grunde wiederholen, was sie in Kindertagen schon an Verschüttungen, an Verfremdungen, an Aussichtslosigkeiten in ihre Seele gepresst bekommen haben. Hier ist die Rede von Vergebung von Schuld. Und das Thema müssen wir uns natürlich auch deutlich machen. Das ist eigentlich die konkreteste Angabe über den Hintergrund der Gelähmtheit dieses Mannes. Sie gründet im Erleben von Schuld, von Sünde. Schon der Begriff Sünde ist uns völlig fern. Davon darf man nicht mehr reden. In der Kirche wird er nicht verstanden. Das ist ein moralischer Vorwurf. Man muss sich bessern. Im Grunde war Sünde irgendwas gepaart mit Sexualität. Da konnte man noch sündigen. Vielleicht auch mit der Steuerabrechnung. Da konnte man Diebstahl begehen. Man konnte auch den Nachbarn nicht mögen. Das lässt sich auch noch bessern. vielleicht sogar die eigenen Eltern nicht mögen. Dann wird es ernst. Das muss man irgendwie. Die Eltern hassen darf man gar nicht. Fettes Gebot. In allem hat man die Sünde verbunden mit bestimmten Geboten. Den Zehn Geboten oder den 613 Mosaischen Gesetzes Geboten wie die Schriftgelehrten hier. Und dagegen hat man jetzt die Moral. Man kennt die Richtschnur und man hat sich danach zu halten. Aber so einfach ist das gar nicht. Wir haben es zu tun mit Schuldvorgängen, die nicht einfach weg zu wünschen sind, deren Ursprung kaum vermeidbar ist. Ich spreche zu, wie es mir jemand mal erzählt hat und wie es ihnen selber passieren könnte. Unglücksfälle, zu denen sie eigentlich nichts können, wenn sie geschehen. Sie haben das nicht gewollt. Sie hätten sogar vor einem Strafgericht die zutun herbeigeführt haben. Ein Mann erzählte mir mit Tränen in den Augen, er weiß nicht, wie es gekommen ist. Es war auf einer Kreuzung. Es muss an ihm gelegen haben. Irgendwas hat er falsch gemacht. Dabei ist sogar mit hoher Geschwindigkeit in das Auto einer Frau hineingefahren. Glasbruch. Die Frau musste ins Krankenhaus. Und seine größte Not war, ich muss sie besuchen. Hoffentlich hat sie keine Verletzungen im Gesichtsbereich. Ich hätte sie verunstaltet für ihr Leben. Mein Gott, was habe ich denn gemacht? Das Problem ist, es ist nur ein Unfall. Aber sie werden im Unbewussten sich die Ursache dafür geben. Sie sind der Teil, der am Unfall beteiligt ist. Kausal sind sie die Erklärung für das, was passiert ist. Nicht durch ihren Willen, aber durch ihre physische Anwesenheit. Durch die Mechanik ihres Autos haben sie den Unfall produziert, gar keine Frage. Und ihre Frage, wird es sein von früh bis spät, was habe ich falsch gemacht? Sie wollen den Unfall nicht begangen haben, also überlegen sie hin und her, wie sie ihn hätten vermeiden können. Was ist passiert? War Glattas auf der Straße? Nein, war es nicht, es war im Sommer. Was haben sie übersehen? Verkehrsschild, stand die Sonne schief, dass sie das Schild übersehen haben? Hat ihr Nachbar, ihr Beifahrer mit ihnen geredet und haben sie es deshalb übersehen? Dann waren sie unaufmerksam, dann ist es ihre Schuld, das dürfen sie nie mehr wieder machen. Ist ihnen gesagt worden in der Fahrschule? Reden sie nicht, in dem Omnibus steht, das Sprechen mit dem Fahrer ist verboten. Sie haben es gemacht vielleicht. An solchen selbst in Fragestellungen arbeiten sie von früh bis spät. Und wie das wirken kann, zeigt sich womöglich in einer Lähmung. Ich werde nie mehr Auto fahren. Ich lasse das. Wenn ich Auto fahre und es kann sein ohne mein Dazutun, ich produziere einen Unfall, ist es besser, ich kann auch mal ineinander krachen, ein Flugzeug kann abstürzen, es kann immer alles passieren, aber ich will nicht die kausale mechanische Ursache dafür sein. Es gibt einen bedeutenden Film von Michelangelo Antonioni, ein berühmter italienischer Regisseur, Vildesato Rosso, die rote Wüste hat er das genannt. Es beschreibt eine Welt im Grunde ohne Gott, auf der Suche nach einem Gott, den man nicht brauchen würde. Die rote Wüste ist eine Form des Erlebens im Rostzustand des Metalls, das uns umgibt, in einer durchtechnisierten, mechanisierten Welt, ganz modern. Sie ist kalt, unmenschlich, ohne Ansprechmöglichkeit, aber es ziehen sich quer durch das Terrain dieser Umwelt. Telefondrähte, die knistern manchmal. Und das kann man vernehmen. Es ist wie die Sprache, die wir nicht verstehen aus einer anderen Zwischenwelt, die wir hören müssten, um leben zu können. So die Bilder in dem Film von Antonioni, die rote Wüste. Es ist unsere Welt, die wir uns gerade geschaffen haben. Inmitten dieser Welt ist jeder Unfall verboten. Menschen müssen perfekt sein, sie haben kein Versagen zu zeigen, sie sind schon schuldig, wenn sie was verkehrt gemacht haben. Auch das konnte ich erleben. Ein Bahnbeamten, im Stellwerk tätig war. Das spielt vor Jahren, als man gerade dabei war, digitale Zukunft einzuführen, den Computer. Und er ahnte, dass es zu Unfällen kommen würde. Er hatte vor sich die Propaganda der Deutschen Bahn, wie sie damals noch hieß. Im Inntal Dreieck Staus der Autos, aber die Bahn fährt bei jeder Jahreszeit. Natürlich unfallfrei. Er, der Mann, hatte die Verantwortung. Er steuerte den Verkehr. Und er liegt jeden Morgen unter dem Albtraum. Ein kleiner Fehler kann zu einem Unfall führen. Und wie viele Tote sind es dann? Was passiert, wenn irgendeine technische Überprüfung einer Radachse oder einer Felge an einem der Räder bei einem ICE nicht so gründlich war, einen Fehler entdeckt zu haben? Was passiert dann? Und wie weit ist er dann dafür verantwortlich? Bei der technischen Überprüfung gar nicht, er war im Stellwerk womöglich. Es ging so weit, dass er mit dieser Verantwortung nicht mehr leben konnte. Er war nicht nur lebensgefährdet, er hat sich erdrückt von der Last der Schuld Gefühle für etwas das passieren könnte, er aber unbedingt zu vermeiden hatte, nicht mehr zu leben wusste. So grausam kann unsere Welt sein. Kein Fehler, perfekte Menschen, dann brauchen wir Maschinen, mit denen umzugehen kann aber neue Fehlerpotenziale mit sich bringen. Wie ist es möglich in der Welt zu leben, die Fehler nicht verzeiht, wo wir Sünder sind, weil wir fehlbar sind? Im Film von Antonioni geht das so weiter, dass die Frau mit ihrem Unfall natürlich nicht Auto fährt. Sie sitzt zu Hause, aber sie hat ein Kind und das fühlt die Angst dieser Frau. Ihr Kind, an dessen Bett sie sitzt, übernimmt den Gefühlszustand der Mutter und ist gelähmt. Es kann sich nicht mehr bewegen. Die Mutter erzählt dem Kind, was sie selber träumt, ihre Ersatzwelt. Ein kann man ein Mensch sein, ohne Schuld in Verantwortung für andere zu tragen. Sie findet sich vor auf einer Insel. Ferner Horizont gleiten die Segel vorüber. Am Strand spielen Pinguine und sie dazwischen. Ein unschuldiges Mädchen, das nicht schuldig werden kann. In der Einheit mit einer Natur und der Ferne von Menschen, die wie ein romantischer Traum an ihr vorüber ziehen. Das sind erschütternde Bilder, beschwörend uns zu ändern in der Art, wie wir uns verstehen. Menschen werden nicht perfekt sein, aber wie erreichen wir, dass sie leben dürfen mit ihren Fehlbarkeiten. Dafür haben wir nicht den geringsten Hintergrund. Aber sie beginnen zu verstehen, dass wir von etwas reden, das jedem von ihnen angetragen sein könnte. Soll ich die Behauptung wagen, wenn sie viel Auto fahren müssen, sagen wir in die letzten 20 Jahre, um zu ihrem Arbeitsplatz zu kommen, darf ich die Vermutung aufstellen, dass sie inzwischen dreimal um den Globus gefahren sind, 120.000 Kilometer. Ihr Auto wird das mitgemacht haben, sie haben es immer noch. Aber wenn sie in all der Zeit nicht in die Gefahr gekommen sind, beinahe oder sogar wirklich einen Unfall beigewohnt zu haben, durch Mitverursachung von Schuld müssen wir nicht reden, aber durch Haftung, für die sie zuständig sind, wo ihre Versicherung einspricht, für einen Zustand und das sind Folgen, die sie selber gar nicht bezahlen können. Wir wissen in dem Gesetz der Haftpflicht, dass es solche Situationen geben kann, aber es müsste sich ins Menschliche übersetzen. Wir sind doch nur Menschen. Wir sind fehlbar. Wir müssen austauschen, wenn etwas schief läuft, indem wir einander helfen. Sie haben womöglich nie einen Unfall verursacht, aber sie haben Haftpflicht immer bezahlt, die zugutekommt denen, die weniger glücklich waren. Es geht nicht um Gut und Böse, richtig und falsch, tüchtig und untüchtig. Es geht einfach um die Solidarität für Gescheiterte, nicht einmal Unglückliche. Wenn wir Menschen in Not so betrachten könnten, heben wir die ganze moralische Schilferei, die Verurteilung beiseite. Etwas worüber wir hier Semester um Semester gesprochen haben. Und wir erleben jetzt, was letzte Stunde noch anklang. Kein Arzt wird seinen Patienten verurteilen, wird ihm mit Moral kommen, mit Vorwürfen überziehen, mit juristischen Festschreibungen drangsalieren. Einzig das Verständnis seiner Not ist das Element der Heilung. Und so jetzt hier, wenn Sie Glück gehabt haben und es ist nie was schief gegangen bei Ihrer Art von Autofahren, danken Sie Gott dafür, es ist nicht reinweg Ihre Leistung. Ein bisschen Verunsicherung muss an der Stelle sein, ich behaupte, dass Sie wirklich nur Glück gehabt haben. Nein, habe ich nie, ich bin immer völlig zuverlässig gefahren. Mag ja sein, dass Sie das glauben, aber dann haben Sie so viel Glück gehabt, dass Sie manche Szenen übersehen konnten, durften. Sie haben Sie gar nicht mitgekriegt, so viel Glück hatten Sie, es hätte nämlich anders kommen können. Wissen Sie nicht, brauchen Sie auch nicht zu wissen, aber die Möglichkeit wäre doch, das Unglück, das gerade heute in der Zeitung steht, hätte auch Ihnen geschehen können. Dann brauchen Sie Ergänzung durch andere, Hilfsbereitschaft andere. Für Autofahrer ist das die gesetzliche Grundlage, ohne Haftpflicht Sicherung dürfen Sie nicht fahren. In der Gewissheit, dass jedem alles passieren kann, brauchen Sie die Solidarität aller. Im Übrigen auch bei der Krankenversicherung ist nicht Amerika. In Amerika haben wir das anders. Da können Sie auf den Stufen des Krankenhauses sitzen als todkrank. Sie werden aufgenommen ins Krankenhaus, wenn Ihre Kreditkarte zeigt, dass da noch was drauf ist, im Umfang der Behandlungsgebühren, die nötig sind, damit man sich ihre annimmt. Wir haben ein demokratisches, freiheitsliebendes Land, jenseits des Transatlantik. In Deutschland haben wir das Gott sei Dank ein Stückchen anders. Jeder von uns kann krank werden. Und dann braucht jeder Hilfe in einem Umfang, den er womöglich selber nicht bezahlen kann. Deshalb leisten wir uns eine Krankenversicherung. Im Wissen um unsere Anfälligkeit, für Not, für Krankheit, für Hilfsbedürftigkeit, in einem Umfang, der es uns nicht möglich macht, uns selber aus der Patsche zu ziehen, verordnen wir uns eine Solidarität, die uns ein Stück weit Sicherheit schenkt. Sogar der Gesetzgeber kann uns zumuten, ein Stück Menschlichkeit, von dem er leider glauben muss, rein persönlich und privat, hätten wir amerikanische Verhältnisse. Da haben wir unsere Freiheit. Nein, wir lassen uns nicht vorschreiben, dass wir solidarisch sein müssen. Darin ist richtig, wir sollten freiwillig solidarisch sein, im Begreifen dessen, wie hilfsbedürftig im Wesentlichen jeder von uns ist, weil er es sein kann. Mitleid ist die einzige Form der Zukunftssicherung. Und jetzt haben wir die Vergangenheit, es hat etwas geschehen, mit dem Blick in die Zukunft. Und beide lassen sich nur zusammenführen in der Gegenwart jetzt, durch das Vertrauen in eine Güte, das wir nicht verdient haben, aber das wir benötigen, wenn wir in Not sind. Und das ist, was Jesus hier praktiziert. Eine Güte, die uns erreicht, indem wir einander über den Abgrund der Gefährdung die Hände reichen. Das bringt er hier, mit den Worten, deine Sünden sind dir vergeben. Alles, was war. Wir nehmen jetzt hinzu, auch die moralisch verantwortbare Schuld. Wirkliche Fehler, die wir begangen haben. Wir sprechen zum Beispiel von der Mutter, die bedauert, wie sie ihre Tochter erzogen hat. Sie wollte das so nicht, wie es war. Aber sie hat es getan. Sie Kind, darunter leidet sie. Das Kind meldet sich jetzt nicht einmal zu Weihnachten. Sie hat gelernt, ihre Mutter zu fliehen, in gewissem zu hassen, ihr Vorwürfe zu machen. Die Mutter empfindet endlose Schuld. Aber wie kann sie ihre Traurigkeit über das, was sie mal war, in der Gegenwart der Tochter begreifbar machen, wie sie flieht. Vielleicht ja kommt die Tochter zu Weihnachten, aber dann mit Vorbehalten. Sie hofft, dass die Mutter sich geändert hätte, aber das ist nicht ohne weiteres zu versprechen. Schon hat man erlebt, dass zu Weihnachten das Alte sich erneuert. Du bist genauso wie immer. Nein, ich hau jetzt ab. Dann verstarrt sich der Konflikt und der wird nicht gelöst. Auch die Wiederholungsschleifen der Vergangenheit in der Gegenwart müssten hier durcharbeitet werden. Schuld, die man erkennt, langsam, nach Jahren und von der man zugleich fühlt, dass sie kaum wieder gut zu machen ist. Nicht bei den Geschädigten. In solchen Fällen kann es erneut eine Solidaritätsgemeinschaft sein, die ein Stückchen Hoffnung gibt. Ich war vielleicht keine so gute Mutter, wie ich wollte. Ich war nicht der Vater, ich hätte sein müssen. Ich war verbissen in meine Karriere, ich wollte im Beruf tüchtig sein, ich war ständig überfordert, ich hatte weder Zeit noch Lust, um mich um ein schreiendes Blas zu kümmern, das musste meine Frau machen, aber die war auch überfordert. Muss man viel Fantasie haben, um sich Tragödien vorzustellen, die wirklich in Schuld geführt haben, die den Begriff Sünde verdienen, all die Tragödien im rein familiären Zusammenleben. Da kam jemand, der war mein Freund und hätte dringend meine Hilfe gebraucht. Aber ich wollte, ich konnte, ich wusste ihm sie nicht zu geben. Ich war überfordert, ganz einfach. Ich hatte das Geld nicht, die Zeit nicht, die Nerven nicht, die Geduld nicht. Denn wenn du sowas hast, dann geh an die Stelle, wo man dir helfen könnte. Ich will es guten Bekannten ihrem Freund geworden. Er bekam die Probleme, unter denen er heute noch leidet. Im Such vorkommen vielleicht, drogenabhängig geworden, im Ehebruch gescheitert. Tja, kann ich auch nicht viel. Doch, sagt ihn, ihr Gewissen können sie. Es gab genau die Weichenstellung, die ins Heulche führte. Und er waren sie der Schalter, der Stellwerksleiter. Jetzt sehen immer befürchtet haben, ist eingetreten. Und wie kann man es wieder gut machen, wenn sie gar nicht wissen, wie es gehen könnte. Lauter Hypotheken der Vergangenheit, die wir mitschleppen und über die wir nicht hinweg reden können. Kein Psychotherapeut kann sagen, das kann jedem mal passieren, das sind ja Bagatellen, jetzt nehmen sie das mal nicht so ernst. Oder wie manche Bibelerklärer sagen, wir dürfen nicht immer nach rückwärts wehen, wir schauen jetzt nach vorwärts, Gott ist die Zukunft, Gott möchte, dass wir uns freuen in der Gegenwart, ja bitteschön und tun wir das, wir vertrauen auf Gott in der Gegenwart, wir hypnotisieren uns nicht dauernd mit den Vorwürfen, was früher war, wir lähmen uns nicht selber, steh auf und nimm dein Bett, jetzt los. Nein, das Lieblingswort des Markus, aber sofort geht es an dieser Stelle nicht, Jesus redet den Gelähmten an, den man durchs Dach, das man aufgegraben hat, herablässt, wie man das kann, ist nicht erklärbar unter hellenistischen Häuserkonstruktionen, schon Lukas versteht das nicht, als er den Markus-Text gelesen hat, da muss man das Dach abdecken, weil das mit Pfannen belegt ist, die palästinensischen Häuser sind flachtdächig, das sind einfache Reiser, die man draufgelegt und mit Lehm bestrichen hat, wie kann man auseinander ziehen, aufgraben, sogar so groß, dass eine Pritsche immerhin mindestens zweimal anderthalb Meter runterzulassen ist, auch die Tragfähigkeit der Standfläche für die vier Leute, die das machen, muss gewährleistet sein, nicht ganz unbedenklich, außerdem wird das Leben Material herabregeln auf die Leute, die im Hause dicht gedrängt stehen, alles vorstellbar, ist aber nicht das Problem ist Markus, er will beschreiben, wie die Leute unter allen Umständen den Gelähmten zu Jesus bringen müssen und wollen, denn sie sind der Meinung nur im persönlichen Kontakt, nur durch die Berührung auch körperlich ist, diesem Mann zu helfen, wenn das nicht geht, gibt es keine Hilfe, für Jesus ist das ein Ausdruck des Vertrauens, als er das sah, wir müssten das uns anders vorstellen, diese Leute leiden unter dem Gelähmten, sie tragen ihn zu Jesus, das tun sie jetzt, aber dahinter steht die Erfahrung, dass sie ihn ihr Leben lang schon getragen haben, und es wird ihnen unerträglich, was sie da machen, er ist ihnen lästig, ganz buchstäblich, sein Dasein selber ist eine Last, man muss für ihn aufkommen, wir haben jetzt keinen Pflegedienst, wir können uns nicht rausreden, das machen die ist an den Stuhl gebunden, die braucht Hilfe, aber unsere jetzt nicht mehr, es ist uns zu viel, wir haben anderes zu tun, wir stehen mitten im Leben, wir können auch nicht dafür, hier haben wir noch eine Welt, in der jeder für den anderen zuständig ist, wir können uns nicht rausreden mit anderen, aber es wird unerträglich, das verstehen wir auch, Menschen können älter werden, auch festig, körperlich ohnehin, was haben wir noch in Zukunft, jede Jugend beginnt damit, dass mit uns eine neue Zeit beginnt, eine Zeit und wir sind sie natürlich, wir standen mal, so haben wir geglaubt, wie ein Meteorit, der gerade aufgegangen ist, am Himmel, ein Komet, zog da seinen Schweif durch die Nacht, nun aber dauert die Nacht sehr lange und vom Kometen ist nicht mehr viel zu sehen, es geht bergab mit uns, wie dann, wenn wir wissen, dass die Zukunft darin besteht, alles, was wir mal waren, in einen Zustand von Hilfsbedürftigkeit und Schwäche zu überführen, der uns stolz ist, alles, was wir mal waren, vergeht, wir kennen uns selber nicht mehr wieder, unser Haus ist gelegen am Boulevard der Dämmerung, die Größen von einst, erleben ihr Mond- oder Sonnenfinsternis, ihren Sonnenuntergang, den Abschied, der Staune am Himmel, die sie mal waren oder zu sein glaubten, lähmend genug, und da hinein hören sie jetzt die Anrede Jesu, er nimmt das, was die Leute machen, um unbedingt ihren Schwerkranken, ihren Gelähmten zu ihm zu bringen, dass er ihn anfasst, dass er ihn berührt, dass er persönlich mit ihm in Kontakt tritt, in einer Form, die heilt, dass sie eigentlich die Dauerbelastung ihm übergeben möchten, sie bringen ihn zu ihm, nennen wir das jetzt Vertrauen oder Glaube, wie es in ihrer Übersetzung wahrscheinlich stehen wird, ihr verzweifeltes Bemühen, eine Hilfe zu finden, die sie selber gar nicht geben können, das ist, was sie treibt, umtreibt, antreibt, durch die ganze Menge Will und Muss, und wenn es nicht geht, durch den Massenauflauf, dann eben von oben herunter, dann steigt man den Leuten auf den Kopf, es muss jetzt sein, eine andere Chance gibt es gar nicht, es ist der Druck der Verzweiflung, auch bei den Hilfsbereiten hier, anders wissen sie es nicht, können sie es nicht, es muss jetzt sein, ihre Not ist die Notwendigkeit, und die kondensiert sich in Jesus, man hat doch von ihm gehört, was er kann, er kann das, er muss das können, wenn nicht er, wer denn sonst, ich glaube aus dem Arzt sind viele zu sprechen, die als Arzti in ihrer Praxis genau das erleben werden, dann machen sie den Arzt, wie einen Gott auf Erden, verantwortlich, er muss sie retten in ihrer Not, sie drohen zu sterben, sie leiden unter ihren Schmerzen, er der Arzt ist doch studiert, er weiß das, 20 Leute im Warteraum sind vor ihm schon bei ihm gewesen, niedergelassene Ärzte, langsam suchen wir die landesweit mit der Lupe oder mit der Laterne, wo wollen noch Ärzte niedergelassen sein, will ich nicht weiter kommentieren, ist es wirklich schwer, sie müssen als niedergelassene Arzt in ihrer Praxis sich genau das anhören, von früh bis spät, sie sind meine Rettung, sie müssen mir helfen, bitte, bitte helfen sie mir, mein Leben ist unerträglich, ich weiß gar nicht woran es liegt, was soll ich denn nur machen, wenn sie ganz ehrlich sind, wissen sie es auch nicht, sie sind kein Zauberer, kein Magier, sie haben eine Vorstellung, was die Ursachen der Erkrankung sind, sie wissen auch, dass es bestimmte Mittel gibt, vielleicht etwas dagegen zu tun, aber in welchem Umfang soll das heilend sein, jetzt die Medikamente sind lange erprobt worden, bis auf die Pharmaindustrie mit Biontech gegen Corona haben wir normalerweise Medikamente, die über Jahre hin erprobt wurden, brauchen wir auch nicht mehr, müssen wir können, können wir aber vielleicht nicht, manche Ärzte zweifeln, ob das nicht neue Schäden anrichtet, der Zwang der Hilflosigkeit kann auch für den Arzt erdrückend sein und er ist dann auch nur ein Mensch, der sich sagen muss, ich kann es versuchen, aber nicht versprechen, ich stehe zu ihnen in ihrer Hilfsbedürftigkeit und ich versuche zu helfen, soweit ich es vermag, sicher, ich kenne mich ein bisschen besser aus, als sie selber womöglich, wir müssen zusammenarbeiten und ich weiß auch, sie müssen mir jetzt mal vertrauen, denn wem sonst, aber wie weit ich vertrauenswürdig bin, behalte ich mir mal vor, im Gewissen des eigenen Urteils, ich glaube mal, dass es helfen kann, wir gehen jetzt mal in die Apotheke, wir probieren es und viel mehr können sie ehrlicherweise kaum sagen, aber sagen werden sie mit unerschütterlicher Zuversicht, ich verschreibe ihnen das, sie nehmen das, dreimal am Tage in der Dosierung, müssen sie machen, werden sie auch machen, gehorsam, im Vertrauen auf den Arzt, der es wissen muss, das ist das Vertrauen, von dem hier die Rede ist, ein blindes Vertrauen in Not und in Angst und in Hilfsbedürftigkeit, der Unterschied aber ist absolut, sie sind nicht der Gott ihn weiß, sie sind nicht allmächtig, sie sind und bleiben nur ein Mensch, sie können nur helfen in dem Umfang, der ihnen zusteht und jetzt erleben sie die Hilfsbedürftigkeit ihres Patienten gründet in einem Schuldgefühl, mit dem er nicht umgehen kann. Was sie jetzt erleben ist der Kern dieser ganzen Geschichte. Ein Psychotherapeut wird sich hinsetzen und stundenlang sich anhören, worin die Schuldgefühle seines Patienten bestehen und dann wird er beurteilen, kann er helfen oder nicht, sind die Schuldgefühle real berechtigt oder nicht, ein Unfall muss nicht ein lebenslanges Schuldgefühl bedeuten. Wenn es das aber tut, ist ihr Patient neurotisch, er hat Ängste aus Kindertagen und das müssen wir ihm abgewöhnen. Er darf nicht dauernd kopphängerisch in der Vergangenheit bleiben, jetzt mal nach vorne werden sie dann befehlen. Aber so wird es nicht gehen, wenn ihr Patient so ist, ist er so. Er wird sich sogar weigern, mit ihnen zu sprechen über Schuldgefühle, die ihm peinlich sind. Das Wichtigste ist für ihn unaussprechlich und das ist ein Zug in dieser Erzählung, den sie hoffentlich nicht überhört haben. Der Patient, den Jesus hier behandelt, redet selber kein einziges Wort. Er ist stumm. Zu seiner Lähmung gehört die Unaussprechlichkeit der Schuldgefühle, die er mitbringt. Und das sieht Jesus. Und zwei Arten gibt es, darauf so einzugehen, dass es wirklich heilend und heilsam ist. Das eine, Jesus redet ihn an. Kind, sagt er. Wie wenn er sein Vater wäre, seine Mutter wäre. Wie wenn er die Hilfsbedürftigkeit fast in einem quasi infantilen Zustand sähe. Jede Krankheit, können wir auch psychologisch begründen, hat so etwas an sich wie Flucht in diesem kindlichen Bedürfniszustand. Regression, sagen die Psychologen. Infantilität erleben wir. Es genügt, dass sie mit was immer es sei, tagelang im Bett liegen. Dann verspreche ich, dass die weißgekälten Wände ringsum an ihrem Krankenbett sich in eine Leinwand für Wunschträume verwandeln. Sie haben zum ersten Mal seit langen Gelegenheit, über sich nachzudenken. Was war bisher? Wer bin ich jetzt? Wer steht mir bevor? Sie beschäftigen sich mit sich selber, was sie vielleicht jahrelang gar nicht getan haben, gar nicht gewollt haben. Jetzt kommt es von alleine. Und das Nachdenken über sie selber führt zu Einsichten, spiegelt sich an den kalkgeweisten Wänden, projiziert die Bilder ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft und sie schauen nach rückwärts und sie sehen darin abgebildet das, was im Gegenverkehr auf sie zukommt. Beides verschränkt sich und umklammert eine Gegenwart aus der sie kaum entrinnen können. Dann sehen sie Gestalten, die ihre Hoffnungslosigkeit heute beim Blick in die Zukunft damals schon begründet haben. Die Entmutigung war in Kindertagen womöglich ihr Alltag. Das kann auf Banalitäten basieren. Ich musste in die Schule gehen, da war ich acht Jahre alt, Grundschule und ich verstand überhaupt nicht, warum. Du musst aufpassen, hat Mutter gesagt. Du musst Leistung bringen, du musst brav sein, du darfst keinen ärgern, du musst zuhören. Ich habe das getan, so gut ich konnte, aber manches habe ich einfach nicht verstanden. Die Rechtschreibung, ich habe es nicht begriffen, warum ist das klein oder groß, warum, ich wusste es nicht, warum schreibt man ein S oder zwei S, mir ist es unverständlich, ja das musst du eben lernen. Ja, aber ich habe es nicht sofort gelernt, ich habe es falsch gemacht. immer dieselben Fehler. Ich wurde ständig entmutigt, statt aufgerichtet. Ich traute mir nicht zu, dass ich die Rechtschreibung mit dem zweiten, dritten Schuljahr wirklich begreifen würde. Irgendwann kam ich mir vor, beim Gang in die Schule, wie wenn ich eine Straßenbahn hinterher laufen würde, die gerade abgefahren ist. Ich konnte so schnell laufen, wie ich wollte, die fuhr immer schneller weg. Und jetzt saß ich auf der Wartebank bis zur nächsten Straßenbahn und kam nicht mit. und es kam auch keine zweite Straßenbahn. Sitzen bleiben war damals noch gar kein Fehler, keine Möglichkeit. Die anderen lachten über mich, verspotteten mich. Das kann jetzt ein Thema werden, das viele schon aus Kindertagen miterlebt haben. Ich musste in die Schule gehen. Aber meine Kleidung war nicht so schön wie die meiner Klassenkameradin. Die konnte stolz da sitzen, wie schön sie angezogen war. Ich war aber ein arme Leutekind. Ich hatte nur einen Strickpullover. Ja, da sieht man, wie deine Mutter stricken kann. Ich hatte nicht den Mut zu sagen, ich bin stolz auf meine Mutter. Sie ist eine fleißige, tüchtige Frau. Tatsächlich, wir können uns nicht alles einkaufen wie bei dir. Aber das sagt nichts gegen die Qualität meiner Mutter. Ich habe sie lieb. Sie seucht für mich so gut ich kann. Verstehst du, wovon ich spreche? Konnte ich nicht sagen. Ich fühlte mich verachtet, verspottet. Ich war kein reiche Leute-Mädchen. Ich hatte nur eine Mutter, die stricken konnte. Das brauchten wir in der Schule damals gar nicht mehr zu lernen. Das machen ja die Maschinen heute, das macht man irgendwo. In Pakistan, im Billiglohnländer, das macht man beim Ramsch, in der Textilindustrie, das macht man nicht mehr mit Handarbeit. Ich hätte stolz sein können auf meine Mutter. Die war lieb zu mir. Aber ich war an Außenseiter. Es kann noch schlimmer kommen. Sie haben irgendeine Verletzung im Gesichtsbereich. Heißwasser ist über sie gegossen worden, als sie drei Jahre alt waren. Der Kessel lief über. Das kann man heute noch sehen. Sie sind mit einer Hasenscharte zur Welt gekommen. Drei Operationen als Kind im Mundraum und man kann die Spuren heute noch sehen. Kinder sind so. Sie nehmen sie her. Sie werden dafür verachtet. Sie haben gelernt, dass ihre Sprache so ängstlich ist, dass sie einen geraden Satz dem anderen nicht zutrauen. Sie haben begonnen zu stottern. Sie mussten perfekt sein. Sie mussten eine korrekte Sprache haben. Aber sie wussten nie, was richtig und falsch ist. Sie hätten auch den Ärger derer, die dauernd als Zensoren dastehen. Und die Angst unterbrach den Sprachfluss. Sie fingen an zu stottern. Und jetzt ging es wirklich richtig los. Man fing an, sie nachzueffen. Äh, 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 du kannst nicht mal richtig reden. Schon wie du guckst, ist ja verkehrt. Konnte wirklich sein. Sie hatten Augen schon als Mädchen, die nicht so waren, dass sie klar sehen konnten. Sie benötigten eine Brille. Und konnte sein, sie brauchten eine Brille mit einer Dioptrie, die sich so vorwölbt, dass das Gelächter wieder anfing. Du siehst ja aus wie eine Eule. Ja, so wie du kann man auch nicht aussehen. Ja, Brillenschlange. Darf man noch in eine Schule gehen, wo man jeden Morgen verspottet wird. Vom Klasseneingang die anderen stehen, die Richtigen, die Klarsichtigen, die Reichen, die Guten, die Tüchtigen. Man möchte sich verkriechen. Man ist ganz draußen. Man ist abgeschrieben, ganz buchstäblich. Und diese Hypotheken arbeiten ständig weiter. Man ist nie gut genug. Man kann sich gar nicht sehen lassen. Man kann nicht nur nicht sehen. Man darf sich auch nicht sehen lassen. Man ist verachtenswürdig. Das ist das Kindererlebnis. Und es liegt ganz nahe, dass es so weiter arbeitet. Wo hätten wir eine Lehrerin, ein Lehrer, der das Mobbing in der Klasse unterschwellig zwischen den Reihen der Schule, der Sitzordnung im Klassenraum begreift und abarbeitet. dann müsste er ein solches Mädchen, einen solchen Jungen anreden, wie Jesus es hier tut. Kind. Den Hilflosen im Bett, den Hilflosen im Klassenraum, den Ausgesetzten am Straßenrand anreden mit Kind. Jesus sagt nicht mein Kind. Er sagt nicht ich bin dein Vater, deine Mutter. Aber doch liegt das da drin. Ich anerkenne deine kindliche Hilfsbedürftigkeit und der wende ich mich jetzt zu. Ob er es will oder nicht. Er beginnt den Vater zu ersetzen, den es damals so wie nötig nicht gab. Er tritt an die Stelle der Mutter, die so wie sie gerne hätte sein wollen, nicht sein konnte. Er übernimmt die Rolle der Eltern, die in ihren Defiziten das Problem der Gelähmtheit heute nach verursacht haben. Kann er das? Ist er der Gott den weiß? Schreitet er allmächtig über die Erde? Eigentlich haben wir ihn dazu gemacht. Unser Christus ist der Sohn Gottes. Er ist der fleischgewordene Gott unter uns auf Erden. Er ist inkarniert als Gottheit. Er vereinigt in sich die göttliche und die menschliche Natur. All das sind die Glaubenssätze der Kirche. Die verstehen wir nicht und sie dienen uns perfekt als Ausrede. Wir sind keine Götterinweis, wenn Jesus Gottes Sohn war in dem Sinne, dass er mit göttlicher Natur und Allmacht begabt über die Erde ging, ja, dann brauchen wir keine Gelähmten mehr aufzuwecken. Dann müssen wir befehlen, steh auf und hau ab, werd uns nicht länger lästig. Er, Jesus, konnte das. Aber eben, weil er Gottes Sohn war. Das sind wir nicht und deshalb brauchen wir es nicht zu tun. Wir können es gar nicht tun. Es wäre ja Gottes Lästerung, es wäre ja Vermessenheit, uns zuzutrauen, wir könnten das. Die Schriftgelehrten heute noch erklären die Bibel genau so und ersparen uns, das was hier erzählt wird bei Markus als eine Beispielsgeschichte für unsere Art miteinander umzugehen, wirklich in unser Dasein zu übernehmen. Was Jesus konnte, brauchen wir nicht. Wir wollen nicht Gott lästern, wir sind nicht allmächtig, nein, nein, Jesus konnte das und erspart es, ein Gleiches selber zu tun. Wunderbar. Ein Glaube, der so praktisch ist, dass er Jesus alles machen lässt, indem wir selber nichts mehr zu tun brauchen. Das wollte Markus niemals sagen. Vier Kapitel später, sechstes Kapitel, erzählt er, wie Jesus seine Jünger aussendet in die Dörfer Galiläas mit genau dem Auftrag und die Jünger, die er ausschickt, sind wir heute, 2000 Jahre später, das will Markus sagen. Hört jetzt nicht weg, übernehmt das, was Jesus tat, in eurer eigenen Existenz. Redet euch nicht heraus, indem ihr dauernd delegiert. Die Allmacht Christi ist alleine seine Güte, mit denen er sich denen zuwendet, die sie am meisten brauchen. Er ist kein allmächtiger Wundertäter, der vom Himmel fällt, wie ein Meteorit im Verlöschen. Er ist der Anfang eures eigentlich menschenwürdigen Lebens. Also sechstes Kapitel, Jesus schickt die Jünger aus mit dem Befehl. Sie sollten die Nähe Gottes verkünden und lebendig machen. Die sollten sagen, Gott ist gekommen, seine Macht, sein Reich. Ich betone das, weil wir heute theologisch immer noch sagen, das Reich Gottes ist ja nicht gekommen. Frieden auf Erden kann ja nicht sein. Das Reich Gottes kommt ja nicht. Wir brauchen heute Waffen, schlimmere Waffen zum Töten von beliebig vielen tausend Menschen. Gott kommt ja nicht, er ist ja nicht. Wir können mit der Bergpredigt nicht Politik machen. Das Reich Gottes ist ja nicht. Die ganze Botschaft Jesu ist zu sagen, geht in die Dörfer Galileas und sagt den Menschen, Gott ist da. Und die Art, wie ihr das könnt, ist, heilt ihre Kranken, vertreibt die Gegenkraft der Geister in der Seele der Menschen, heilt ihre Psychosen, ihre Paranoia, ihre Angst, Verwirrtheit tief bis in die Seele, ihre Gewaltbereitschaft mit einer Sicherheit, die sie nie haben können, indem sie sich einander bekämpfen bis zum Mörderischen. Sechstes Kapitel Mamakus. Es endet noch so, dass es Jesus selber verbrieft, dass er an manchen Arten Galileas keine seiner Heilungswunder wirken kann, weil er kein Glauben findet. Es ist unsere Entscheidung, was wir da glauben, welchem Beispiel wir wirklich folgen. Das Reich Gottes wäre da, wenn wir es leben würden und es kommt nicht von alleine. Es fällt kein Stern auf unsere Erde und dann ist es da mit einem Wumms, den wir verordnen. Es kommt in unserer Seele oder überhaupt nicht. Und die Art, sich hineinzuschleichen in unsere Seele, ist dieses vertrauensbildende Wort, Kind, endlich dürfen weder sein. Hilflos, ausgeliefert, auf der Pritsche legend und selber nicht bewegen könnt. Ich muss dabei sagen, psychoanalytisch noch ein Schuldgefühl, das zur Gelähmtheit kommt, ist uns wohl vertraut. 1895 hat die Psychoanalyse damit ihren Anfang genommen. Zur Reichgasse 19 in Wien zu sich und Freud kam eine Frau, die wurde gelähmt, die Stufen, die sie heute noch gehen können, da hinaufgetragen. In der Hypnose konnte sie sich bewegen, ihre Muskulatur war vollkommen in Ordnung und Freud entdeckte, dass muss eine Gelähmtheit sein, die ganz in der Seele liegt. Aber warum? Und dann kam er auf die Ursache von Schuldgefühl. Das Problem war, dass die Frau sich verliebt hatte in einen jungen Mann zum ersten Mal. Aber ihr Vater lag im Sterben und sie saß an dessen Bett in Verantwortung als Tochter doch für ihn Hilfsbereitschaft und Verantwortung zu tragen. Aber jetzt darf man glücklich werden in den Armen eines Mannes, wenn der Mann, den man als Mädchen als meistes und als einzigen geliebt hat, der Vater im Sterben liegt. Sie musste bei dem Vater bleiben, das hieß sie ihrem Freund absagen. Sie wollte zu ihrem Freund, dann hätte sie absagen müssen ihrem Vater. Und dieses Hin und Her war wie zwei Seile, die in zwei Gegenteil ihre Richtungen zerrten und ihren Körper immer enger zusammenschnürten. Fast bis zur Atemlosigkeit. Und ihr Ich war nicht entscheidungsfähig. Deren Psychotherapie, die länger dauerte, bestand darin, aus dem Kind, das sie war, langsam eine Frau zu machen, die als Erwachsene zwischen dem Widersprüchen durch eigene Entscheidung kompromissfähig wird. Sie liebt ihren Vater, ja, aber das bedeutet nicht, ihren Freund nicht lieben zu dürfen. Es ist keine Entscheidung auf entweder oder. Ihr Vater hat sie groß gemacht mit dem Wunsch, sie möchte eines Tages glücklich werden. Er weiß, dass er sterben wird. Und er gönnt ihr das Glück in den Armen eines anderen ihr Leben fortzusetzen. Sie wird die Liebe zum Vater mitnehmen in die Arme ihres Freundes. Aber er, der Vater, wird bereit sein, sie, die Tochter, in die Hände dieses anderen zu übergeben. Der wird fortsetzen, was er dem Mädchen geschenkt hat, jetzt als Erwachsener. Der Vater, wenn er recht betroste ist, würde das wünschen. Und sie, die Tochter, dürfte das glauben. Nein, er ist aber geistig, er ist überhaupt nicht, er leidet doch nur. Das ist wahr. Aber sie als Tochter kann sich erlauben, ein Kompromiss zu finden. Ich bin zu meinem Vater weiter hilfsbereit. Aber es muss nicht den ganzen Tag sein. Es muss nicht dahin führen, dass ich anfange, mich selbst einen anderen als meinen Vater. Und ich darf dazwischen in der Mitte einen Kompromiss schließen. Ich bin für meinen Geliebten da und ich darf glücklich sein. Und umso mehr als ich an Kraft dargewinne, kann ich da sein für meinen Vater, dem ich auch helfen möchte. Ist kein Entweder-Oder-Oder. Ist dann auch für einen Erwachsenen, der einen Kompromiss schließt. Dann müssten wir das kleine Mädchen, das die Frau war und immer noch ist, im Behandlungssaal von Sigmund Freud im Jahre 1895, dein Bringen zu einer Erwachsenen Frau zu werden, die über ihr Schicksal eigen, bestimmt, authentisch und autonom zu entscheiden vermag. Seelische Reifung. Und das erleben sie in dieser Anrede. Kind. Sie darf das Kind sein, um erwachsen zu werden. Und die Bedingung von allem, anders noch als in der Psychoanalyse, aber vermittelt denn doch, liegt in einer Generalabsolution. Dieser Gelähmte kann nicht einmal seinen Mund bewegen, um zu sagen, was ihm fehlt, was er möchte. Er ist nicht nur ein Stotternder, er ist ein total Verstummter. Er hat kein Recht, sich weiter zuzumuten. Die Leute, die ihn loswerden wollen, dürfen nicht mehr belastet werden durch sein Dauerklagen. Ich möchte aber Hilfe, ich brauche Hilfe, ihr seht doch, was ich brauche, ich benötige euch doch. Halt die Schmanze, werden sie ihm gesagt haben, wir können es nicht mehr hören. Also wird er auch nicht mehr sprechen. Er wird sich schuldig vorkommen für seinen Krankheitszustand. Er will doch die anderen überhaupt nicht belasten. Er ist aber nur eine Last. Wie kommt man aus diesem Zustand Schrei? Das Entscheidende ist, dass Jesus der Ansage Kind hinzuschiebt die Antwort auf das Unsägliche und Unsagbare Deine Schulden sind dir vergeben. Jesus kann nicht sagen und will nicht sagen Ich bin die Person die dir deine Schulden vergibt. Das Passiv umschreibt das Absolute das Geschehen im Himmel gültig für die Erde sind dir vergeben von Gott. Deshalb geht es auch nicht mehr einfach um Schuld. Es geht theologisch gesprochen um eine Verfehlung im ganzen Leben. Um Daseins Verformung unter den Augen Gottes. Leider trägt das den theologisch überlieferten Begriff Sünde mit sich. Das ist so verfälscht, weil so moralisiert, dass es die Wirkung nicht mehr hat, die es haben muss. Du lebst seit Kindertagen, mein Kind, dass du bist, nicht richtig in eine Angst, die dir jedes Selbstvertrauen geraubt hat, die dich mit Schuldgefühlen unerträglich infiziert hat, die dich niederdrückt bis zum Zustand der Unbeweglichkeit. Das alles, was dich belastet, ist hinweggehoben, weil ich bringe dir einen Gott, der nicht so ist. Man hat dir das erklärt, ein Gott im Himmel, der das sieht, spricht dich schuldig. Nein, das tut er nicht. Das weiß ich anders. Und dem Namen Gottes, den ich im Himmel glaube und den ich dir nahe bringe, erlaube ich mir zu sagen, wage ich dir ich die Frechheit zu behaupten, eines Menschen Sünde, sein ganzes Fehlverhalten in Angst, muss nicht sein und ist aufgehoben. Und wir arbeiten nun zukünftig daran, dieses Vertrauen zu bestärken. Das wäre das Medikament gegen diese Art der Geläumtheit. Im Michelangelo's Antonionis Film wäre es der Versuch, die geheime Insel der Frau mit ihrem Autounfall im Ruderboot anzufahren, sie aufzunehmen und gemeinsam zurückzufahren in den Ort, aus dessen Nähe bei den Menschen sie geflüchtet ist. Und sie müsste den Mut gewinnen, sich wieder sehen zu lassen. Monika Witti spielte in dem Film die Hauptrolle, eine schöne Frau, die sich zumuten dürfte, aber die man für hässlich hält und sogar die Kritiker in den Film sagt, warum muss ausgerechnet Monika Witti diese Rolle haben? Man kann sie doch nicht sehen. Es gibt andere Schauspielerinnen, Sophia Lorraine in Italien, hätte ja sein können. Michelangelo Antonioni wollte eine Frau vorstellen, der man glaubt, dass sie leiden kann, dass sie umkommt vor Schuldgefühlen, dass sie Hilfe benötigt. Und so geht es dann weiter. Was Jesus versucht mit der Anrede Kind, ist ein Freispruch, der uns erlaubt, was jetzt, nicht länger mehr die Kinderei in der Angst vor anderen Menschen beizubehalten, nicht ewig die Kleinkinder unter den Riesen von Menschen sein, denen wir übertragen, sie wären urteilsfähig über unser Dasein, sondern die uns hilft, einzig Kinder Gottes zu sein. Haben Sie das noch in Erinnerung vom Anfang? Die gewaltlos bleiben, die Frieden in die Welt bringen, die in der Güte des Wissens ihrer eigenen Armut und Amseligkeit sind, die heißen Kinder Gottes. Das geschieht hier. Im Wissen unserer eigenen Hilfsbedürftigkeit können wir nicht anders, als im Leiden über uns selber mitleidig zu werden an anderen. Ich versprach Ihnen, dass wir dabei imstande sind, auch die Identifikation Jesu mit unserem eigenen Dasein noch ein Stück zu verlängern. Ich sagte, wir halten Jesus für die Person, die sündenlos ist, die gar nicht sündigen konnte. Das erzählte nicht gerade Markus, aber er auch. Die beiden anderen, Matthäus und Lukas berichten, dass Jesus versucht wurde vom Teufel und ihm widerstanden hat. Er war im Stande, als Erlöser der Welt, als Fehler zu begehen, dann als die Schlimmsten. Er bekam die Versuchung in die Hand gedrückt vom Teufel, bei Matthäus 4, bei Lukas 4, er kann die Welt retten, aber dann muss er Macht erobern über die Welt und erzählt wird, dass die Erde dem Teufel gehört. Er hat die wahre Macht über die Welt. Die Welt retten kann er aber nur, wenn er mächtiger wird in der Welt Rahmen des Kaisers Augustus. Die Welt muss beherrscht werden durch römische Legionen. Haben wir das nicht heute? Du kannst die Welt haben. Ja, wir haben sie ja schon. Wir sind die Sieger im Kalten Krieg. Wir USA, God's own country, uns gehört die Welt, die einzig verbliebene Weltmacht. Wenn wir die Welt beherrschen, ist sie ja gerettet, ist sie in Ordnung, hat sie Freiheit, Wohlstand, alles was sie wollen, Gerechtigkeit, Basis, bewährt mit unseren Werten. Wir erleben das nicht als koloniale Anmaßung, nicht als neues Verbrechen. Vom Kapitol im antiken Rom bis zum Kapitol in Washington haben wir dieselbe Politik. Wir ratten die Welt aus der Hand des Teufels und in Matthäus 4, Lukas 4, hören sie, dass Jesus dem widerspricht. Denn der Teufel sagt ihm, das kannst du sofort haben. Du musst nur niederknien und mich anbieten als den wahren Herrn der Welt. Du darfst meine Mittel nicht scheuen. Du musst lügen, wenn es dran ist. musst bombardieren, wenn es nötig ist. Du musst Menschen töten, wenn sie im Wege stehen. Du musst Grausamkeit lernen können. Du darfst keine Schwäche zeigen. Dein dämliches Mitleid hilft uns überhaupt nicht. Du musst durchhalten können, stark sein, Wumms machen können, mit Raketen reinhauen. Das ist meine Welt und die gehört mir und die kannst du haben, wenn du sie retten willst, aber mit meinen Mitteln bitte schön. Jesus war versuchbar, sagen die Evangelien, in genau den Punkten und Jesus konnte nur sagen verschwinde Satan. Dafür wurde er gekreuzigt. Wenn wir sagen er war sündenlos, dann bitteschön müssen wir ihm folgen, ihm Widerspruch zu einer Verführung in bester Absicht. Ich will nicht unterstellen, dass Kaiser Augustus nur böse war. Er wollte Weltherrschaft, Macht. Rom war damals kulturell höchstehend. Seine Rechtsordnungen sind uns heute noch wie geschriebene Gesetze 2000 Jahre lang folgen wir nicht dem Neuen Testament, sondern der Rechtsprechung Roms. Man hatte Menschenrechte in Rom, ich muss das nicht jetzt länger schildern. Das Entscheidende ist, dass Jesus dem gesamten Programm zentral widersprochen hat. Deshalb mögen wir sagen, er war ohne Sünde. Aber bitteschön, denn müssten wir ihm darin folgen, statt nur davon zu schwätzen und daraus eine metaphysische Eigenschaft zu machen. Jesus konnte ja gar nicht sündigen. Als metaphysischer Sohn Gottes mit einer göttlichen Natur kann er natürlich nichts tun, was Gott widersprechen würde. Wir aber sind ja nur Menschen und wir dürfen das deshalb. So geht's nicht. So belügen wir uns selber. Noch anders. Markus kennt diese Versuchungsgeschichte nicht, aber er erzählt, dass Jesus gleich am Anfang seines Evangeliums sich taufen ließ von Johannes dem Täufer und der predigte, dass die Menschen Sünder sind. So ungeheuer, dass Gott bereitsteht, die Sündflut über die Welt zu schicken. Ein zweites Mal. Er steht Gott bereit zum Gericht. Das ist der Gott, den Johannes der Täufer verkündet. Und Jesus lässt sich taufen. Es ist die letzte Rettung des Täufers angesichts des drohenden Gerichtes. Zuflucht zu suchen in Reue. Das ist die Taufe, ein neuer Anfang des Lebens. Eine letzte Chance, die man nutzt. Soll man denken, Jesus hat nicht gefühlt, was Schuldgefühl bedeutet? Rettungslosigkeit bedeutet? Ein Flehen um Gerechtigkeit Gottes ins Schuldbewusstsein? Das ist der Grund, warum Jesus sich taufen lässt. Auch das haben wir metaphysiziert. Später erzählen die Evangelisten, Jesus habe gesprochen, du müsstest mich taufen. So war es aber nicht. Markus berichtet simpel, dass Jesus sich hat taufen lassen. Und dann, als er das tat, hat sich von seinen Augen der Himmel geöffnet und eine Stimme ihn angesprochen. Aber du bist doch mein Sohn. Jetzt haben sie das Wort, das Jesus hier weitergibt. Du bist doch mein Sohn. Das heißt, es kann in deinem Leben passieren, was will, ich werde zu dir stehen. Du wirst nie aufhören, mein Kind zu sein. Und du bleibst es, im Vertrauen auf eine väterliche Güte, jenseits von allem, was Menschen miteinander machen und wie sie sich ihren Gott mahlen, um sich zu rechtfertigen in der Grausamkeit ihrer Urteile. Ich werde mit dir gehen. Ich möchte, dass du bist, nur deshalb habe ich dich geschaffen. Ich sage dir das, was kein Mensch auf Erden dir sagen kann. Du bist und bleibst mein Kind. Und ich bin dir zugewandt. Ich möchte, dass du bist. Das ist der Grund deiner Existenz. Nicht Kausalitäten in der Biologie. Mein Wille, der möchte, dass du bist, erklärt alles. Und nun auch deine Lebensführung. Du hast gerade in der Taufe des Johannes kennengelernt, wie zerbrechlich du selber bist, wie fehlbar du selber sein könntest und was die Menschen benötigen, um sich aufzurichten. Jetzt, wo du dich aus dem Wasser des Jahr dann zerhebst und zum Himmel schaust, ist er endlich offen. Jetzt siehst du Gott wirklich. Nicht mehr mein Sohn. Das gibt Jesus hier weiter. Als Heilmittel. Kind redet er an den Gelähmten. Und dasselbe Wort, was er hört am Jahr dann. Deine Sünden soll heißen alles, was du bist. Alles, was in der Vergangenheit sich abgespielt hat. Alles, was in die Zukunft hinein du befürchtest, ist dir vergeben. Wird dir vergeben. Das Passiv ist die absolute Nähe der Aktivität Gottes hier. Das Unaussprechliche umschreibt sich als Erfahrung, die nicht gemacht werden muss, die einfach da ist. Wenn Sie ein Kommentar protestantischerseits dafür wollen, wüsste ich ihn nicht besser zu geben, als in der Gnadenlehre Martin Luthers. Luther hat diese drei Formeln in Wittenberg ausgegeben. Menschen können nur leben mit dreimaliem allein. Allein durch die Schrift soll heißen mit Geschichten wie diesen. Das steht doch nur im Neuen Testament Markus 2 und nur damit kann man leben. Das ist der ganze Martin Luther aus eigener Erfahrung, aus eigener Verzweiflung, aus permanentem Skrupulantismus mit Schuldgefühl. Beichten, Beichten, Beichten und keine Rettung. Die Verzweiflung daran, ich kann aus mir keinen anderen Menschen machen. Die Bibel, allein die Bibel und das nächste, allein aus Gnade, soll heißen, aus Vergebung der Schuld. Nur daraus leben wir. Im Vertrauen, dass Schuld uns vergeben wird. Jesus am Yardam, hier in Kafanaum, der Gelähmte, so kommt Luther sich vor in Wittenberg. Er kann nicht anders. Er ist ein Sinder, er kann machen, was er will, alle Vorsätze helfen überhaupt nicht. Er bleibt schuldig, fühlt sich schuldig, macht unentrinnbar immer wieder das gleiche falsch. Es kommt ein Augenblick, der in die Geschichte eingegangen ist, auf der Wartburg sitzend, gerettet, bis schreibt er an seinen Freund Melanchthon, den er dringlich braucht, auch bei der Bibelübersetzung zur Korrektur, das Griechisch beherrscht Luther im Neuen Testament wie auswendig, aber das Hebräische viel weniger, da braucht er seinen Philipp, und er braucht zehn Jahre, um daran weiter zu übersetzen, ein dickes Buch, die Bibel. In Wittenberg ist allerhand los, man stürmt die Bilder, weil so steht es hier in der Bibel, man darf von Gott sich keine Bilder machen. Sein Kompagnon an der Universität in Wittenberg Karlstadt nimmt das wörtlich. Also die Kirchen plündern, die Bilder ausräumen und Melanchthon schreibt das an Luther, ist das richtig? Meinen wir das mit der Reformation? Es geht hier alles drunter und drüber. Was haben wir nur angerichtet? Luther kann zweierlei sagen, wenn die Menschen Gott verbinden mit der Sonne am Himmel als Bild und sagen, Gott ist das Licht in unserer Seele und es gibt Heiden, die beten die Sonne an, wie wäre er selber der Gott? Liebe Leute, in Wittenberg holen wir dann die Sonne vom Himmel, um keinen Götzendienst mehr zu treiben. Wir brauchen sie nach und vor, wir brauchen auch die Bilder von Gott. Aber dann widerspricht der Moses. Kann man nicht leuchnen. Nimmt Luther auf sich. Und was Melanchthon jetzt sagt, damit er die Reformation, das Anliegen, allein aus der Bibel, allein durch Gnade weiter vermittelt, besteht darin die Angst, wir können alles falsch machen, damit zu mildern, dass ein Vertrauen gesetzt wird in die Güte der Vergebung, nicht nur für das, was war, sondern auch für das, was kommen wird. So nämlich sagt Luther schriftlich, auf Latein, Pekka fortita, Sündie tapfer, darüber herfallen natürlich die Katholiken, das ist der Reformator, genauso haben wir uns das vorgestellt, Anarchie, Sündie tapfer, mach was du willst, ein Freibrief für alle, Anarchie, Amoralismus, Antinomie, mach nach dem Lustprinzip, wie du es kannst, eine schöne Reformation, und so wird er ja selber machen. Vier Jahre später wird eine entsprungene Nonne heiraten, Katharina von Bora, ordensgelügte zählen da nicht, man kann versprochen haben, was man will, sündige, tapfer, ja, na klar, das ist der Protestantismus, wir Katholiken müssen das ablehnen. Spätestens 1563 im Trienter Konzil, Luther war schon verstorben, verfügte man, dass das alles falsch ist. Die katholische Kirche macht das nicht mit, darf das überhaupt nicht mitmachen. Ich aber sage, Luther hat an dieser Stelle Jesus vollkommen richtig verstanden und die katholische Kirche hat ein halbes Jahrtausend vertan, nochmal nachzulernen. Im Namen Martin Luthers, das hat er richtig begriffen, bei allen Fehlern, was man ihm auch anlasten kann, in der Judenfrage zum Beispiel, in der Zweireiche Lehre zum Beispiel, auch Luther konnte gegen den Papst, gegen die Türken, gegen den Teufel allerhand anbieten, das ihn zum Fanatiker machte. Ich lasse das. Man kann von Luther lernen, wo er Recht hatte. Und hier hat er absolut Recht. Menschen leben nur aus der Bibel. Und das, was sie dann nur in der Bibel lernen können, ist die Gnade, die sie nur finden können in einem Jenseits der Menschenwelt. Jenseits der empirischen Erfahrungen, in der Biologie, in der Natur, in der Soziologie, in der Politologie, in dem Umgang der Menschen miteinander. Es muss ein anderes geben, das unser Dasein von Grund auf erneuert. Das nennen wir Gnade. Du musst nicht fragen, was du verdienst. Du musst nur fragen dürfen, was du brauchst in deiner Hilflosigkeit. Und das wird dir gegeben umsonst. Du musst es nicht zurückzahlen, nicht wiedergutmachen. Das ist nicht die Deutsche Bank. Die vergibt dir gerne Kredite, aber mit 14% Überziehungskredit. Da verdient sie ja dran an die Kredite, die sie gerne vergibt. Natürlich mit Zinsauflagen. Wenn du ein Guthaben hast bei der Deutschen Bank, kriegst du nicht den Deivel. Nein, Zinsen für Guthaben vergeben wir nicht, aber für Schulden allemal. Und da sind wir so gut und helfen dir aus. So ist nicht Gott. Du brauchst ihn unbedingt. Du kannst auch das Geliehene Geld nicht zurückzahlen. Es wird dir überhaupt nicht geliehen, es wird dir geschenkt. Das ist Gott. Dein ganzes Dasein ist ein Geschenk. Das musst du nicht mit Schuldgefühlen wieder gut machen. Das darfst du in Empfang nehmen zum Weitergeben. Dein Geschenk, das du bist, gibt sich weiter. Durch eine Güte, die du in dir trägst, in Erfahrung, anders gar nicht leben zu können. Das ist, was Christus in die Welt bringt, was er dem Gelämten beibringt. Wenn es so ist, begreifen sie, dass man beginnen kann, sich aufzurichten, neu zu atmen, einen Herzschlag spürt, der die Liebe näher bringt und miteinander sich austauscht. Mit Mal reden sie anders, haben sie den Mut zum reden, sie öffnen sich in der Mitteilung zum Anderen. Das können sie jetzt übersetzen auch in die psychosomatische Medizin, in die Psychoanalyse, wie sie wollen. Freud hat das aus der eigenen Erfahrung von 1895 und später dann gelernt. Psychotherapie besteht in dem Versprechen, nicht übereinander zu zensieren, zu urteilen, zu moralisieren, zu diffamieren, auszugrenzen, inakzeptabel, wissen wir besser, geht gar nicht. Einzig zu verstehen und das ist der Freispruch im Vorlauf. Alles, was du zu sagen hättest und gar nicht erst zu sagen wagst, wird aufgenommen in Vergebung, in Annahme, in Akzeptanz und Akzeptation. Ich umfange dich mit all den Schuldgefühlen, die bis zur Lähmung reichen, ganz und gar. Mag sein, dass du nicht mehr gehen kannst, aber du hast dich nie entfernt aus meiner Liebe. Mag sein, du glaubst, ich will niemand mehr, aber ich versichere dir, aus meiner Hand bist du nie entglitten, das ist unmöglich. Und deine Gelähmtheit ist nichts weiter, als ein Rufen nach einer Hand, die bütig genug ist, dich bei der Hand zu nehmen, um dich aufzurichten. Das ist der Gott, der Gott, den Jesus nach Kafarna umbringt und damit in unsere Welt. So ist die Art, wie er heilt. Eine andere gibt es nicht. Im Vertrauen auf Gott. Ich deute das schon an, und wir müssen es jetzt aus Zeitgründen dürfen, wir es aber auch ein bisschen schneller durchlaufen. Natürlich findet das den Widerstand der Gottes Gelehrten, der Besserwisser, der genau sich auskennen, denn in der Bibel stehen 613 Gesetzen des Moses, was fällt dem Mann ein? Wie kann er Sünden vergeben, ohne überhaupt Gehör zu haben, um welche Sünden es sich handelt? Es ist nicht einmal ein Beständnis abgelegt worden. Ist denn das möglich? Ein Blankoscheck für Sünder, für Gesetzesbrecher, für Monster und für Ungeheuer unter den Menschen? Wer weiß denn mit wem er es zu tun hat? Braucht er nicht? Er kann vergeben? Blind geht er durch die Welt? Das ist ungeheuer. Die Wahrheit ist, die wir psychologisch gerade begreifen. Ein ehrliches Bekenntnis ist überhaupt nur möglich in dem Vertrauen, dass die Begebung vorläuft. Das ist, was Luther seinem Melanchthon sagen wollte mit Sündier Tapfe. Nicht mach einfach drauf, lebe wie du willst, kann, im Vertrauen, dass du von heute auf morgen mitsamt den Fehlern, die du mitnimmst, hineingehst in eine Zukunft, in der du dem gleichen Gott begegnest, der dir vergibt, was immer geschehen mag. Die Zukunft ist eine Gerettete. Du nimmst dich mit Melanchthon, du bist morgen früh kein anderer Mensch als heute, aber eventuell ein Mensch mit mehr Vertrauen in die Güte Gottes du die benötigst, in den Tag zu kommen. Nicht mal von dem Tag heute mit all seinen Fehlern gehst du durch die Nacht in den Morgen ohne dieses Vertrauen. Was immer ich tue, ist vergeben bei Gott. Wenn du diese Güte lernst, kannst du viele Fehler wirklich nicht mehr machen. Das ist deine Rettung. Du findest dich selber als Person wieder und das ist die innere Energie, die dass du manches gar nicht mehr tun musst. Psychoanalytisch manche Zwänge, manche Minderwertigkeitsgefühle, manche Übertragungen heben sich auf. Du wirst wirklich ein neuer Mensch. Du lebst aus der Überzeugung einer getragenen Güte, die dir erlaubt zu sein. Und die weiterzugeben bestimmt jetzt dein Leben. Kein Rum errechnen, wer ist mir schuld, was muss er mir zurückzahlen, was hat Revanche, Rache, das bestimmt unsere ganze Politik, von früh bis spät. Wir haben einen Rest. Ja, worauf? Zum Töten von Menschen? Dann wollen wir ja nicht, dass in Coquerel Damage ist. Nein, sind sie nicht. Ist die Produktion erzielender Mordbereitschaft. Militär, ein Recht zur Verteidigung. Tja, was haben wir da? Außer dem Missverständnis unserer selbst. Und wir müssten jetzt den Gründen nachgehen, die in der Schuld des Gelähmten liegen. Was hat ihn schuldig werden lassen? Wir nehmen mal an, das Schuldgefühl hatte Gründe. Ganz ungeheuerliche Gründe womöglich. Er hat wirklich vieles falsch gemacht. In Angst, in Selbstentfandlung, in falschem Gehorsam. Es tut ihm bitter leid, was er war. Dieser Tage noch las sich von Sverenz Soldaten sind Mörder, ein Roman von 1988. Die Unbelehrbarkeit der Deutschen ging der Mann durch. Und möchte, dass Tucholski zur Einsicht kommt, Soldaten sind Mörder, so heißt sein Buch. Wenn wir das begriffen, was sind wir, was machen wir, wozu lassen wir uns bringen, Herren der Welt und werden wie Teufel. Wie kommen wir da raus? Außer wir ändern unser ganzes Leben im Vertrauen, dass alles falsch ist, was mitleidlos ist, was über Menschen hinweg geht, was uns Recht gibt, indem wir schaffen, dann so widerlegen wir alles, was wir als Menschen sein könnten. Das ist die ganze Botschaft Jesu, wir leben aus Güte, aus Menschlichkeit, aus Vergebung, aus Friedensbereitschaft, aus Nicht-Gewalttätigkeit. Das heilt, erneuert unser Dasein, macht uns den Himmel nahe und das Himmelreich Gottes in unseren Herzen spürbar. Dagegen sind die Schriftgelehrten. Das war damals in den Tagen Jesu, sie haben ihn umgebracht, Jesus von Nazareth, dafür. Das geht los im zweiten Kapitel bei Markus und das geht in der nächsten Geschichte so weiter. Da geht Jesus nämlich mit Zöllnern um. Zöllner das sind die Leute, die mit den Römern paktieren, die Allerschlimmsten, die nehmen unser Geld für die Besatzungsmacht Roms. Wäre das ein Thema in der Ukraine, wäre das ein Thema in Israel, darf man überhaupt so denken, muss man das nicht abschaffen, töten, schon im Ansatz? Kann man machen, aber dann verweigern wir, dass ein Stück vom Himmelreich auf die Erde kommt. Dann machen wir alles richtig, indem wir alles verschlimmern. Das ist die Meinung Jesu. Er legt die Zöllner ein, weil sie nicht glauben können an Güte. Aber sie brauchen sie um zu leben. Rechtschaffende Juden grenzen aus einem Zöllner, der paktiert mit der Unterdrückungs- und Besatzermacht der Römer. Tja, wenn wir Juden aber akzeptieren müssen, dass die Israelis im Lande sind, wenn wir entdecken, dass das alles nur Menschen sind, brauchen wir kein Herrschaftsregime, kein Unterdrückungsregime. Dann müsste 50 Jahre Freiluftgefängnis in Gaza sich öffnen zur Mitmenschlichkeit im Namen Gottes. Der Gott von dem Himmel die Rede ist, ist doch der Gott aller. Der Juden schon gar. Der Christen allzu mal. Der Muslime auch. Und wir schenden uns wieder. am gleichen Krankenbett. Für alle. Gemeinsam. Jesus sieht sofort, was er damit anrichtet. Er kennt in seinem Herzen die Gedanken, die in deren Herzen vor sich gehen. Und fragt sie, warum denkt ihr das? Die Frage wird von ihnen überhaupt nicht beantwortet. Aber wir müssten sie beantworten. Deshalb denken wir so, weil man es uns beigebracht hat. Weil wir uns selber missverstehen. Weil wir immer noch Revangel lüstern sind. Weil wir recht haben wollen. Weil wir uns als die guten fühlen. Weil wir hassen müssen, was das böse ist in der Gestalt der anderen. Weil wir überhaupt nie wollen, dass wir wahrnehmen könnten, wie wir zu dem Bösen bei den anderen selber beigetragen haben. Deshalb müssen wir Vergebung hassen. Wir müssen streng sein, stark sein, bessere Gesetze haben. Das lesen sie jeden Tag. Alles, was wir derzeit erleben, ist die Verschärfung der Gesetze. Was machen wir mit Leuten, die nicht weiter wissen, die zu Fuß durch die Sarah gekommen sind, um irgendwo leben zu dürfen? Nicht bei uns! Strengere Asylgesetze abschieben, fordert die Partei noch sogar in Verschärfung unserer sogenannten Ampel-Koalition als christliche Partei. So hat das übrigens angefangen als christliche Partei. Grenzen, eigene Interessen durchsetzen, Stärke, Militär, 100 Milliarden für Bomben brauchen wir, für Flugzeuge brauchen wir, bessere Waffen brauchen wir, können wir verschenken sogar, für Menschen die Not. In Afghanistan sind wir gekommen aus Verantwortung 20 Jahre lang. Zwei Erdgeben suchen das arme Afghanistan heim und der Winter bricht an. Ich weiß wie der aussieht in Mindukusch ausläufern. Das sind fünf Meter Schnee. Selbst wenn ein Lehrer in die Dörfer gehen wollte, kommt er nicht durch. Die Menschen brauchen dringend Hilfe, aber die haben wir gerade nicht, außer Minimalbeträgen, die die UNO gerade freischaltet. Hilfe für Gaza, das ist ein Problem, dürfen Hilfskonvois von Ägypten überhaupt fahren. Zwei Flugzeugträger haben wir in der Nähe im Mittelmeer schon mal, das können wir. Und so immer. Diese Welt ist wirklich krank, sie ist gelähmt vor Angst, sie liegt auf dem Bett und weiß nicht weiter. Und die Hilfe, die sie bekommen könnten, die sie dringend brauchen würde, um die man fleht, bei den selbst damit im Kontakt stehenden, wird verweigert von den Besserwissern, die Gott erklären, das Gesetz erklären, den Staat erklären, uns die Politik erklären, die Vernunft erklären, sie wissen, dass man nicht helfen darf, nicht mit Vergebung, nicht mit Mitleid, nein, 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 nein. Wenn das die Welt ist, ist es das Todesurteil Jesu, wenn sie so bleibt, bis heute. Oder wir lernen selber nochmal richtig zu leben, im Sinn der Berchpredigt. Richtig leben, die Menschen haben wir eingangs gehört. Und so geht es jetzt weiter. Jesus erklärt es nochmal. Wir können leichter, viel leichter hoffen auf medizinische Kunst, die sagt, jetzt steh auf und geh nach Hause. Das ist einfacher, selbst wenn es uns vorkommt wie ein Wunder. Es ist einfacher, als die Not eines Menschen seelisch durchzuarbeiten und zu sagen und zu vermitteln, glaubhaft, so dass es wirkt, deine Schuld ist dir vergeben. Aber das tut er. Und es wirkt wirklich. Und dann ist er Staunen. Alle sind verwundert. Denn der Mann wirklich geht vor aller Augen nach Hause. Mitten durch die Menge hindurch, man muss denken, sie öffnet sich zum Spalier. Wie empfinge sie einen, der vom Himmel auf die Erde kommt, ein Engel. So wie Jesus mal im Lukas Evangelium den Pöbel durchschreitet, der ihn steinigen will oder vom Berger herab in den Tod stürzen möchte. Er geht einfach hindurch. Er hat keine Angst mehr. Er lässt sich nicht von den Menschen erdrücken und ersticken. Er hat seine Freiheit gefunden. In der Vollmacht Jesu. So stimmt es glaubhaft. Du darfst gehen und du kannst gehen. Das Dürfen ist das Vertrauen, das es dir ermöglicht es zu können. Und nun tu es bitte. Und er kommt nach Hause. Ein wunderschönes Wort. Nach manchen Vorträgen wünsche ich eigentlich nichts mehr, als sie möchten jetzt gut bei sich selber ankommen. Das ist so viel wie nach Hause. bei sich selber ankommen. Das ist hier geschehen. Die Entfremdung der Gelähmtheit in der Hypothek von Schuldgefühlen wird durch den Zuspruch unbedingter Vergebung in einem absoluten Raum von Gott her auf Erden ermöglicht. Dann bleibt noch in aller Kürze auszulegen, was uns verwirren möchte durch die Theologen mal wieder, damit ihr aber seht, dass der Menschensohn auf Erden Macht hat, Sünden zu vergeben, sagt er. Das ist ein Satz, der auseinander bricht. Das eine ist die Begründung und das andere die Folgerung. Spricht er zu dem Gelähmten? Deshalb sagt ich, der Sprung in die Gegenwart ist das Entscheidende. Muss sich jetzt ereignen. Ist Präsens im Dauerzustand, damit ihr wisst, der Menschensohn hat Macht auf Erden, Sünden zu vergeben. Spricht er jetzt zu dir, in deine Not hinein. Vergeben sind dir deine Sünden. Und deshalb sage ich dir, wenn du das glaubst, jetzt hat es die Wirkung. Du bist selber bevollmächtig, dein eigenes Motorium wieder in Gang zu nehmen, über deinen eigenen Körper herrschen zu können, Bewegungen zu machen, die du wirklich willst. Du hast ein Recht auf deinen Eigenwillen, dem man die Übel genommen hat. Du bist du selber und ich möchte, dass du bist. Wenn wir hören von Menschensohn, haben wir wieder die letzte aller Ausreden, schriftgelehrte Ausreden. Die sitzen dabei und sagen, ja, 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 aber der Menschensohn ist Jesus Christus. Das ist der Hoheitstitel für den Messias. Jesus ist der Menschensohn. Ja, wie nun? Wir sind nicht der Menschensohn, wir sind nicht der Messias, wir sind nicht der Gottessohn. Wenn Jesus spricht hier vom Menschensohn, meint er aber gar keinen Hoheitstitel, er will sich nicht in Übergröße aufbauen. Denn er spricht Jesus von sich mitunter als Menschensohn, ist das im Aramäischen so viel wie der Name Mensch. Ich könnte er auch sagen. Menschensohn sind wir alle, Menschenkinder nämlich. Und wie die sind, können sie heute Nachmittag noch nachlesen in Psalm 8. Da finden sie den Menschensohn beschrieben, als das Menschenkind, als das Menschsein oder das Menschlein, Baranasha. Das Menschlein ist so schwach, so hilflos, so anfällig, so geschwächt. Das ist der Menschensohn. So sind wir wirklich. Und wenn wir das begreifen, haben wir alle Menschlichkeit, in dem wir Menschen werden. Ein Neuanfang in allem, wirklich nicht in etwas. Das Ende einer Lähmung, die uns hypnotisiert, beim Zeitunglesen, beim Nachrichtenöhern, beim Umgang miteinander, bei allem Geschwätzt, das hier verinnerlichen und weiterreden. Es gibt einen Neuanfang. Steh auf und komme bei dir selber an, im Wissen, wer du bist. Nur ein Mensch, der als solcher sein darf, in der Güte Gottes, das Menschlein. Geboren aus Staub, geformt in Gottes Händen, atmend, den Odem Gottes als Grundlage seines Lebens. Nur eine kleine Geschichte. Die Leute sind erstaunt und verwundert und dazu haben sie recht, denn es ändert alles, wenn wir es begreifen. ein bisschen von dem Erstaunen wollte ich Ihnen heute Vormittag vermitteln, mit der Erwartung, dass Sie gespannt sein dürfen oder vielleicht sogar sind, wie denn Heilungsgeschichten in der Bibel sich fortsetzen mögen. Jetzt erst mal ein schön Wochenende, Nachmittag, Sonntag, einen schönen Verlauf der kommenden Woche. Und wenn Sie möchten und können, sehen wir uns wieder am nächsten Samstag in Fortsetzung mit Geschichten dieser Art. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit heute.